Was machst du hier aufnehmen? Ja klar. Na klar. Diese Beispiele, die sind unendlich tief. Die hört der normale Mensch, den ich mir jetzt ausdenke. Und jetzt ist ganz wichtig, schon wieder Fehler, muss sofort in die Warnlampe schillen. Ein ausgedachter Mensch hört nichts. Der Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und das ist hundertprozentig sicher, soweit ich jetzt eine Vorstellung habe, dass ich mir einen träumenden Geist ausdenke, ist mir vollkommen klar, dass dieser ausgedachte träumende Geist der einzige ist, der seinen eigenen Traum erlebt und dass die Figuren, die er träumt, dass die überhaupt nichts erleben, weil das ja bloß Figuren in seinem Kopf sind. Müsste man eigentlich akzeptieren. Und jetzt rede ich ja von einem roten träumenden Geist, nicht von einem ausgedachten, der du selbst bist. Da ist nur ein Geist. Und jetzt haben wir diese Personifizierung. Und das machen die kleinen Beispiele aus. Das ist ja ein vollkommen neues Denken. Und darum wiederhole ich das immer wieder. Ich sage jetzt, wir machen wieder Weißenburg, wir sind in dem Saal. Und dann sage ich, schließe mal deine Augen. Spreche ich in den Saal rein. Der ist nur ein Allereinsiger, der das hört. Aber der Witz ist, dass diese Eingabe wie in einem Computer, je nach Programm, als Reizauslöser komplett eigenständige, 200 verschiedene Informationen aufschmeißt, weil jeder wird jetzt, jeder, wer ist jeder? Diese jeden, diese alle sind ja nur Gedanken von dem, der sich die ausdenkt. Der jetzt langsam wach wird, dass er merkt, das funktioniert ja ganz anders. Dieses Ding. Und jetzt denkst du, bist bei dir in der Küche und dann stellst du dir den Kühlschrank vor. 200 Programme werden mit derselben Eingabe konfrontiert und es werden, je nach blauen Ich, komplett andere Bilder erzeugt. Vorausgesetzt, ich, Geist, würde jetzt mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Programm arbeiten. Und das ist jetzt diese Gleichzeitigkeit von allen Dingen, wo natürlich die Relativitätsduty sagt, dass das gar nicht gleichzeitig ist. Das ist ja die Relativitätsduty in der Physik. Und das habe ich gerade in Klaus gerade gesagt, dass alles, was ich euch von Physik erzähle, würde ich jetzt voraussetzen, dass das Programm des Zuhörers Grundlagenwissen hat. Aber das Grundlagenwissen kann bloß der haben, der jetzt das erzählt. Die Programme selber, wo ich mir jetzt Allgemeinwissen in die Köpfe reindenke, deswegen hören die sowieso nichts. Die verstehen es auch nicht. Du wirst irgendwann einmal verstehen, dass der Einzige, der das verstehen kann, was der Udo, den du dir jetzt ausdenkst, erzählt, das bist du selbst. Und das ist dieser tausendfach erwähnte Unterschied zu allen religiösen und sonstigen Denksystemen. Ich erzähle es bloß dem, der mich jetzt sprechen hört. Und du musst erst einmal wissen, wer das ist oder genauer, was das ist, was mich jetzt sprechen hört. Und das, was mich jetzt sprechen hört, ist etwas, was du nicht denken kannst. Weil würdest du es denken, würdest du an etwas Existierendes denken und etwas Existierendes hört mich nicht. Ein träumender Geist ist nicht Existierendes. Da sind wir so oft drauf eingegangen. Das sind so die Kleinigkeiten. Und diese Passelstückchen sind sehr, sehr wichtig. Und jetzt mache ich den Satz kurz fertig mit der Elke. Den habe ich zigfach erzählt, dass gerade jetzt in Gesprächen du bloß mit deinem Programm arbeitest. Und da war so in Allmenein an der allerersten Vorträge, wo die Elke war und der Heiner und der Martin. Und dann sage ich immer Beispiele mit der Hardware und mit der Software. Und dann erzähle ich das so und dann halbes Jahr drauf kommt Elke und Martin zu mir nach Ellingen. Da habe ich in Ellingen noch gewohnt. Und dann sage ich zu Martin, mir ist vollkommen bewusst, dass da bloß einer ist, der weiß dieses Prinzip mit Hardware und Software. Und die Programme, die jetzt filtern, dass von den Leuten, die damals in Allmenein waren, soll ich das mit Sicherheit 70 Prozent nicht einmal den Unterschied zwischen Hardware und Software wissen. Die sitzen drin und nicken, was ich jetzt so sehe. Und dann sagt der Martin, so ein Blödsinn, das weiß doch jeder, was Hardware und Software ist. Und dann sitzt die Elke daneben und dann sage ich, Elke, was ist der Unterschied zwischen Hardware und Software? Und die Elke in ihrer Art lächelt und sagt, hatte Ware, weiche Ware. So, siehst du, das heißt alles, was ich in dem Kontext erklärt habe mit dieser Metapher von Hardware und Software, hat die große Masse jetzt normal gedacht überhaupt nicht verstanden, weil die das Wissen gar nicht haben. Du meinst immer, dieser Satz, das weiß doch jedes Kind. Wenn du da mal nachfährst, wirst du feststellen, dass Antworten, die du von Figuren kriegst, die du dir ausdenkst, die dann nicken oder die schauen, ich sage immer Fragezeichen auf den Augen oft, dass die selber, wenn du dann nachforschen würdest und du würdest die Frage umformulieren, dass du komplett andere Antworten kriegst. Die sagen das, weil du das erwartest, dass die das wissen. Das sind alles Kisten, wo du dir ein Wissen hineinlängst und dann werden die für dich auch den Eindruck machen, dass die das wissen. Ist ja logisch, weil du glaubst ja, dass die das wissen. Damit denkst du, sprichst du ihnen das Wissen zu. Du kriegst einen ganz anderen Zustand in dem Moment, wo du hier mal immer wertfrei bist. Das ist immer, wenn ich als Udo jetzt, als Brösel unter Brösel Fragen stelle und ich wiederhole ganz alte Sachen, dass mir das vollkommen klar ist, wo ich gemerkt habe, so diese Sache, was bedeutet Mathematik. Wenn ich das als Udo sage, in dem Kontext, wo ich mir jetzt denke, wie die sich an Udo vorstellen, meiner, die mich will, was besonders hören. Und ich sage immer wieder dazu, wenn ich jetzt Fragen stelle, es geht darum, dass du dir bewusst machst, was du selbst glaubst, was das bedeutet. Die Situation, was du zum Beispiel nicht haben, wenn jetzt ein Kind kommt und sagt, du Onkel oder Oma oder was bedeutet das Wort? Die sprechen immer von dem Wort. Und ich sage, das, was du dem Kind jetzt erklären würdest, ist das, was du glaubst, was es bedeutet. Und du musst dir zuerst einmal bewusst machen, was es bedeutet. Das ist das, wo ich dann die Erklärung in mich, was es noch bedeutet oder was es in Wirklichkeit bedeutet. Was man dir erzählt hat und du lebst halt in dieser angelegenen oder anerzogenen Meinung vom Wissen. In all diesen Alltäglichkeiten. Das ist die große Schwierigkeit und die drumherum sind nur Reflexionen von deiner eigenen Geistlosigkeit. Bis du dann irgendwann einmal anfängst, den Mut hast, dich an den Anfang zu stellen. Das ist dieser einfache Satz. Es gibt für alles, was du dir ausdenkst, einen verbindenden Parameter und das bist du selbst. Wenn Menschen träumen, der ist so der, wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und dann wird das sehr, sehr komplex und die kleinen Baselstückchen, wo ich immer sage, diese vielen kleinen Metaphern, die ich Gebetsmitteln auf wiederhole, da soll jetzt immer wieder, wenn es sich in dir wiederholt, und in dir meine ich jetzt, du arbeitest jetzt mit einem ganz bestimmten Intellekt. Das sind zum Beispiel schon die Fragen, dass ich immer wieder betone, momentan in deinem Jetztzustand deines Programms ist in deinem Alltagsbewusstsein immer noch da, dass du vollkommen logisch, wenn du an einen Menschen denkst, nur an deinen Körper denkst. Und ich sage immer, in der Schulmedizin, übrigens fällt mir gerade ein, weil ich in die, da setzen sich heute Morgen zufällig, wo ich drin sitze. Weißt du was, da sind bei YouTube immer Vorschläge, ist ein neuer Bericht drin. Ganz aktuell in Amerika stürzt zur Zeit hier, die Pharmaindustrie hat jetzt schlagartig um 5000 Prozent die Preise von manchen Medikamenten hochkommen, dass die jetzt komplett die Leute total ausbeuten. Dass also dieses System und Großteil, wo die mit Gewalt praktisch den Leuten reintreten, dass die nachweislich total krank machen, krebserregend sind, dass das ein dogmatisches System ist. Nur wieder gedacht, gelesen, gehört. Aber das ist die ganze Schulmedizin. Du kannst normalen Menschen mit einem normalen Programm solche Sachen gar nicht sagen. Ich bin jetzt vollkommen wertfrei und ich sage, du musst zuerst einmal einen Unterschied wissen zwischen einem Menschen und einer Person, einem Körper. Das weiß keiner. Wenn ich es anspreche, sagt jeder, es ist ja logisch, dass ein Mensch ein ganzes Leben ist. Aber im Alltagsbewusstsein weiß er es trotzdem nicht. Schon wenn dich einer fragt, wie alt bist du, dann sagst du, haust du sofort eine Jahreszahl raus. Jetzt, wenn du aber weißt, dass immer noch blau bezogen der blaue Mensch, dass ein blauer Mensch ja kein Körper ist, ist schon die Reaktion, wenn ich den Menschen frage, wie alt bist du, gibt es keine Antwort dafür. Das müssten wir umformulieren, auf welcher Seite, jetzt rede ich ja immer nur mit dem Geist, auf welcher Seite bist du zur Zeit in deinem Buch. Jetzt wäre es präzise. Weil die Seite, die du zur Zeit aktuell vor dir aufgeschlagen hast, diese Programmstruktur, mach dann auch das Bild an den momentanen Körper, den du, wenn du an deinen Körper denkst. Weil das genau dieses Stück in dem Programm ist, wo dieses Bild aufgebaut wird. Jetzt kannst du dich aber weder mit dem Programm noch mit Einzelbilden unterhalten, sondern immer nur mit dem Geist, der dann irgendwann einmal weiß, dass ich ein Mensch brauche, ein Programm brauche, das ich überhaupt träumen kann. Das ist das Prinzip, das ich euch erkläre. Und das ist ja so, das ist wirklich neues Denken. Bei Holofeeling, gerade was man mit der Physik, die Spielereien, wie ich gerade gesagt habe, mit dem Druck, das ist, du musst neugierig werden. Du lernst nur, wenn du neugierig bist. Das ist immer, was ich beim Jahren früher gesagt habe, kommst du in eine Phase, wo du am liebsten 20 Bücher gleichzeitig gelesen würdest. Aber da ist das Hauptproblem, du meinst immer noch, du kannst Wissen von außen in dich reinschaufeln. Das Wissen ist schon in dir drin. Der Trick ist, dass du weißt, wie man das freischaltet. Und wenn du dir jetzt eine gesperrte Datei auf dem Computer hast, dann musst du die zum Freischalten nicht durchrastern, sondern du kannst sie auf einmal freischalten. Du wirst dann, wenn du Bilder wieder draus machst, hast du wieder das nacheinander. Das ist wie in einem Videospiel, wo du einen gewissen Bereich in einer offenen Welt, meine ich, bei GDA am Anfang, kannst du nur einen gewissen Bereich betreten. Und dann ist Schluss. Und wenn du Aufgaben löst, dann wird ein nächstes Stadtgebiet freigeschalten, wo du rein kannst, dann kannst du das erforschen. Aber das ist ja immer schon vorher da. Und das ist dann auf einmal da, aber ein Stadtgebiet kann man nicht sehen. Du kannst jetzt aber neue Einzelbilder aus dem neuen Bereich, der freigeschalten ist, auftauchen lassen. Und dasselbe beginnt mit Interessen, wenn du dich für etwas interessierst. Aber es bleibt immer noch Strukturen, Variationen von Variationen von den einen Programmen. Und bei Holofeeling ist es, dass ein extremer Programmwechsel ist mit vollkommen neuen Möglichkeiten, die eben zwangsläufig dem jetzigen Programm unlogisch erscheinen. Und das passiert von alleine. Aber es wird dann passiert sein, wenn das, was du jetzt denkst, wenn du an dich denkst, da hat kein Hauch mehr Interesse dran, ist das zu denken, das ist dann wirklich weg. Obwohl es dann immer noch da ist. Und das ist der schöne Trick mit dem Rot- und Blauschreiben. Dass gerade jetzt, wenn du wirklich verstanden hast, was ich unter Rotschreibung meine, Rotschreibung kann, das Rote kann gewusst werden, was es ist, aber du kannst es in keinster Weise in die Existenz heben, nicht einmal als Gedanke. Ich kann das Wort Geist oder Gott denken, aber dieser Gedanke ist doch nicht Gott. Das, was existiert. Und das ist vergänglich, weil es mit den nächsten Gedanken zerstört wird. Und es ist, was jetzt, ich sage einmal, die Mächtigkeit anbelangt, wird das, was ich denke, so sein, der allmächtige Gott. Da denke ich nur, der allmächtige Gott, dieser Satzung, der als Ding an sich, was jetzt da ist, ist mit Sicherheit nicht allmächtig. Das sind so ganz einfache, klare Worte. Und ich muss dir das jetzt nicht erzählen, egal welches Programm du hast. Ich habe immer wieder gesagt, meine Sache mit dem blinden Arschloch, es wird 15 bis 20 Jahre dauern, das habe ich vor 20 Jahren schon gesagt, bei Filmen, bis du das wirklich verstanden hast. Auch wenn man das im ersten Moment glaubt, verstanden zu haben. Jeder Beobachter, der mit irgendetwas nicht einverstanden ist oder das anders haben wollen, wie es jetzt auftaucht, ist ein blindes Arschloch. Und ich sage jetzt immer wieder, egal auf welcher, klingt schon so blöd, Bewusstseinsebene du stehst, ob du jetzt das als körperlicher Trockennasenaffe magst, das mache ich nicht. Ob du das Programm bist, das sich als Körper beobachtet und feststellt, Udo hat gesagt, man muss mit allen einverstanden sein, ich bin ja nicht einverstanden und versuche dann, das Programm zu verändern, wo es ja auch nicht einverstanden sein ist. Wenn ich mir sage, ich beobachte mich, ich bin ja zuerst einmal nur der als Brösel, der beobachtet. Das ist sowieso ein blindes Arschloch. Das will ich nicht, das will ich, das ist schön, das ist hässlich. Jetzt weiß ich ja, dass du eigentlich, ich beobachte jetzt mich, aber Programm kann ja nichts beobachten, das ist ja noch blau. Da muss jetzt zuerst einer, wer denkt sich den aus? Und so fange ich das Programm zu analysieren an. Auf dem Programm ist drauf, Holofeeling Wissen, das sind ja meine Gedanken, wo ich denke, mach dir das Programm. Du musst mit allen einverstanden sein, die Sachen so lassen, wie sie sind. Die Veränderung geht durch Vervollkommenen, durch widersprüchliche Sache, Kreis und Dreieck wird so ein Kegel, so verändern wir. Wir verändern nicht die Puzzlestückchen, du darfst Puzzlestückchen Gedankenfetzen nicht verändern. Du musst verschiedene Gedanken so zusammenflechten, dass die was vollkommen Neues ergeben. Wie in der Chemie, H2O. Das ist natürlich jetzt alles Vorsterbenswellen. Also ich beobachte, das ist ein blindes Arschloch. Der, der sich beobachtet, wird feststellen, hey, das ist ja ein blindes Arschloch. Ist aber Programm. Ich, der ich mit dem Programm arbeite und jetzt mein Programm analysiere, stell plötzlich fest, hey, das ist ja total ein blindes Arschloch. Kann ein Programm ein blindes Arschloch sein? Dieses Programm zwingt ja meine Gedanken auf. Dann bleibst du ein blindes Arschloch. Und dann musst du jetzt noch einen Schritt drüber, dass du einfach das erkennst, ohne darauf zu reagieren, ohne das verändern zu wollen. Das ist der Heilungsprozess. Also der Beobachter, der wirkliche Beobachter, der Tier hingucker, von dem ich immer rede, der muss nichts tun. Der schaut einfach nur. Er schaut, wie reagiert wird, wie die Sachen, die ich beobachte, reagieren, was da für Meinungen sind, was für Äußerungen sind. Das ist dieser Ruhezustand. Und das ist eigentlich die Erkenntnis, das ist die Glückseligkeit im ewigen Hier und Jetzt. Unglück entsteht durch blinde Arschlöcher. Angst entsteht durch blinde Arschlöcher. Dass ich immer wieder sage, vor was hast du Angst? Dass du dich auflöst, dass es dich nicht mehr gibt. Ich erkläre dir doch, was du bist. Du bist etwas, was nicht existieren kann. Und was nicht existieren kann, kann auch nicht vernichtet werden. Du bist ohne Anfang und Ende. Das ist kein ESO-Geschwätz und kein religiöses Geschwätz. Das behaupten Esoteriker auch. Wenn sie, wie der Udo immer sagt, die Müslische Scheiße reinfressen, dass sie auch nichts an ihren scheißheiligen Körper hinkommt. Das ist doch das Problem. Merkt ihr die Schizophrenie, wenn du wach bist? Das sind die Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Und es wird immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Aber ist deine Meinung, deine eigene Meinung, deine eigene Meinung, ist das, was du jetzt hörst? Weil ich nämlich behaupte, dass ich du bin. Zumindest, dass ich das bin, was du sein wirst, wenn du den Blödsinn losgelassen hast. Und jetzt habe ich mir natürlich gedacht, heute Morgen den Lesch, wo ich angesprochen habe, das Neue von ihm, da zitiert er aus Felix Gruhl, am Anfang über den Kosmos schreibt er. Und da zitiert er aus dem Buch, wo hier der Felix Gruhl in den Roman trifft er auf und auf den Professor und der erklärt dann über das Sein und den Kosmos. Und das ist so genial, die Stelle aus dem Roman ist so genial. Und was er dann danach daraus macht, das ist reines Holophilie. Das ist Literatur, Weltliteratur. Das ist reines Holophilie, was der Professor erklärt. Das findest du dann bei der Ego im Fokotschen Pendel und so weiter. Und dann kommt natürlich hier das intellektuelle Wissen und das macht das alles wieder kaputt. Können wir mal, wenn wir wollen, hören wir uns das kurz an. Ja. Und dann kommentiere ich das. Und du wirst merken, ihr könnt immer sofort nachvollziehen, was Sache ist. Geht gleich los. Problemen und die Aussage, das Universum würde expandieren, das stimmt nicht miteinander überein. Aber glauben Sie es mir, wie das Universum expandiert tatsächlich, vor allen Dingen weit von uns entfernt. Es ist tatsächlich so. Wir haben da draußen in einem Kubikzentimeter Universum ... Moment, Moment. Um das geht es mir jetzt eigentlich nicht. Sondern das Schöne ist, ich muss mir jetzt meine Pausetaste hinstellen, dass ich die immer wieder kriege. Das ist also der Vortrag, das sind drei Teile, Urknall, Anfang von allem. Und das ist halt so, dass du merkst, diese Dogmatik, wo es auch nichts zum Diskutieren gibt, der kommt von der Literatur, der beginnt jetzt, das ist ein dreiteiliger, live im Hörsaal. Lesch, live im Hörsaal. Verstehen die das super? Und ich denke, da muss ich nicht so viel reden. Und wir hören uns jetzt mal Weltliteratur an. Ob du jetzt, und bei der Ego lesen, das ist alles unendlich tiefe Weisheit. Ich sage alles selbst auf der Magie Tüten, so wie es Weisheit. Aber das ist in einem relativen Klartext und ich halte an ihm und dann schauen wir mal, was wir da noch dazu sagen. Dann sehe ich alles wunderbar. Ja, ich darf Sie auch herzlich begrüßen zu, zumindest zu diesem Abend. Ich werde also in drei Vorlesungen einmal etwas tun, was der große Alexander von Humboldt, wir haben schon gehört, in diesem Werk hier zusammengefasst hat. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, wie jemand... Das ist übrigens der Alexander von Humboldt, das ist der, der auch die Wassermoleküle entdeckt hat. Vor über 200 Jahren. Wollte ich bloß zur Erinnerung. Das ist das Wissen, ist nachgeäfftes Wissen. Jetzt ist es schade, dass ich mein Ding nicht, sonst könnte ich das nochmal rezitieren. Das Problem beginnt in dem Moment, wo du Geistesfunk in einen Traum fällst und anfängst, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Dann wirst du feststellen, alles, was du mein Wissen nennst, ist nicht dein Wissen, sondern eine Anderung, ich nenne das Schwamminhalt. Und dann wirst du bei eigener Definition zu einem sterblichen Säugedier, zu einem Affen, und Affen haben die Eigenart, dass die ihm nachäffen. Du kannst einem ausgedachten sterblichen Säugedier nicht erklären, dass es ein sterbliches Säugedier ist. Du kannst es einem Affen nicht erklären, du kannst es auch einem trockennasen Affen bei eigener Definition, einem Homo sapiens, der ja biologische Bezeichnung Homo sapiens ist, der ist nämlich nicht vernunftbegabt. Das ist ein Programm, das wirst du feststellen, das ist unmöglich. Das ist ein Prozess, wo ich jetzt einmal verstehe, das wie du willst, in sehr, sehr vielen Leben selber lernen durfte. Ich sage, diese Art, ein Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb existiert, weil du ihn jetzt denkst, funktioniert nicht. Du musst der sein, der sich die Gedanken denkt und dann hörst du auf, an Gedanken irgendwas erklären zu wollen. Und jetzt drehe ich das natürlich rum, dass ich jetzt ein Gedanke von dir bin und jetzt haben wir schon das dir und das Tier. Im Fränkischen klingt das gleich. Ich bleibe einmal bei unserem rot geschriebenen dir Geistes, das müsste auffallen, dass ich eigentlich immer zu etwas Rotem spreche, was man nicht denken kann. Und jetzt in dem Wort dir, Geistesfunk, haben wir immer, wenn du zwei Grundkonsonanten hast, kannst du, wenn ein Waff oder ein J dazwischensteht, kannst du das andere für sich rausschmeißen. Das sind oft sehr interessante, immer die Grundratik, also drei hebräische Zeichen, wo zwischen zwei Hauptkonsonanten ein Waff steht oder ein J steht, kannst du das rausheben. Dann haben wir DR und da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, blau gelesen, geöffnete Berechnung, rot gelesen, geschlossen im Kopf, blau gelesen, geöffnete Berechnung ist das hebräische Wort für Generation. Die Generationen beziehen sich natürlich immer Sohn vom Sohn, vom Sohn, vom Sohn, aber das sind geöffnete Berechnungen. Jetzt wie sieht das aus in dem Moment, wenn wir ein Waff dazwischen schrieben oder Tor das aussprechen, bleibt sich das gleich, das sind auch die Generationen, das Wort bleibt gleich. Ich sage, da verändert sich nicht. Viel interessant ist, wenn wir ein J dazwischen machen, das ist ja das Wort dir, das müsste dir eigentlich auffallen, weil da passiert jetzt was Eigenartiges und das findest du, wenn du zuerst einmal DR oder DR Waff anschaust, dass das nicht nur Generationen heißt, sondern auch Wohnen. Das hebräische Wort für Wohnen. Ich könnte jetzt schon sagen, wo wohnst du? Immer in der Mitte. Die ihr, das ist das hebräische Wort, das hat zwei Bedeutungen, das heißt zum einen, nämlich Mieter und Wohnungsinhaber. Jetzt ist aber doch der Mieter was anderes wie ein Wohnungsinhaber. Einer, der die Wohnung besitzt und einer, der drin wohnt. Aber letztendlich, wenn du dich jetzt doch in eine Traumwelt reindenkst, gehört dir doch die Traumwelt, dann bist du der Wohnungsinhaber, in die du dich hineindenkst. Wir setzen die Wohnung ein wenig größer und du bist der Mieter, der für eine gewisse Zeit drin wohnt. Und natürlich auch hier für die lehrreichen Erfahrungen, die er dort machen darf, bezahlen darf. Das ist dann die Mieter. In seiner Verstehendenwitz. Ihr merkt jetzt schon, das ein Wort ist, nur das Tier muss ich jetzt aufwächern. Nicht aufwächern. Und wir waren bei den Humbert, wir hören uns in Läsch weiter an. Weil dann habe ich immer, wenn es so Stichwörter wurde, wenn wir uns etwas genauer anschauen können. Und im 19. Jahrhundert versucht hat, einfach alles zusammenzuholen, was man weiß über die Welt und es dann so darzustellen, dass man es auch versteht. Ich habe gemerkt, 19. Jahrhundert ist ab 1800 etwas. Darum heißt das vor 200 Jahren. Bindest bis zu einem gewissen Punkt, dass man sagen kann, ja, was die da sagen, wie die das denken, das klingt plausibel. Das ist das große Problem. Für dich wird alles, was dir logisch erscheint, plausibel erscheinen. Der Witz ist aber, dass er genau dieses nachgeäffte Wissen ist, sein Programm. Und was sollte einem Computerprogramm oder einer Software an Betriebssystemen logischer erscheinen, wie logische Strukturen, die letztendlich kompatibel sind mit diesem Programm oder mit der Software. Das ist das Gefängnis. Damit ich Sie aber jetzt schon mal in den richtigen Zustand kriege, wie ich Sie nachher brauche, zunächst einmal noch... Das müsst ihr euch auf der Zunge sage ich mal. Es ist, wenn du... Es wird alles... Es wird plötzlich eine wissenschaftliche Vorlesung in einem Hörsaal. Das steht hier von Anfang von allen live im Hörsaal. Wird perfekte Komedien. Du kannst dazu die ganzen normalen Kabarettisten total vergessen gegen Wissenschaftler, wenn du selber eigenständig denkst, das sind Witzfiguren. Er macht dann ein paar wieder typische Lesch-Jokes, was dich überlassen. Literatur. Wir beginnen den Lesch-Kosmos über das Universum mit Literatur und zwar mit einem meiner absoluten Lieblinge, den Bekenntnissen... Das müsste eigentlich der absolute Liebling müsste ich sein, von mir weiß aber nichts. Ich kann auch einen Choke machen. ...des Hochstaplers, klar, ich bin ja Hochschulprofessor, und das ist so. Das ist... Kindermund spricht Wahrheit. Hab mir meine Mutti, sag ich immer, beigebracht, Psoffne und kleine Kinder sagen die Wahrheit. Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Kohl sind von Thomas Mann. Das ist sein letzter, sein letzter Roman. Leider unvollendet. Am Ende kann man sich was überlegen, aber das ist eigentlich egal, wie er ausgeht. Es geht um einen Hochstapler. Es geht um einen Hochstapler. Dieser Hochstapler kommt in dieser Rolle als Baron de Venostar eines Tages in einen Zug nach Lissabon und in diesem Zug trifft er Professor Kuckuck. Wunderbar gespielt übrigens von Paul Dahlke in dem Film die Hochbekenntnisse des Hochstaplers. Und in diesem Dialog erklärt Professor Kuckuck Felix Kohl die Welt. Unter anderem damit, dass er wirklich richtig tief in die Kiste greift, die ich nachher wieder aufmachen werde, die Kiste nämlich, wie das mit der Kosmologie so ist. Die erste Vorlesung von diesen dreien Handeln vom Universum. Jetzt ist natürlich schon immer wieder diese Sache, wenn du einfach jetzt die Werte nicht entheiligst, der Kosmos ist die Ordnung. Das Wort Kosmos heißt einfach Ordnung, das Universum wissen wir, dass es hier das Ineinsgekehrte heißt und das Universelle Universum, das Universelle ist das Eine Ineinsgekehrte, das Eine, das Universelle Universum ist die göttliche Ordnung und das ist letztendlich der Punkt, ich sage immer, jetzt einfach als Symbol in der Kamera Obscura und du hast in der Weltliteratur, ob du jetzt das Ego lesen wusstest, das Foucault-Chip-Bondel, da kommt ja dann auch immer Meister, bei Stein und Flöte ist es dann hier der Zirbel, die Wurzel und du wirst immer wieder merken, dass das ich bin. Dass das reines, diese in der Literatur reines Solo-Feeling beredet, in ganz, ganz einfachen Worten, aber die Quelle dieses Ich ist jetzt nicht der ausgedachte Udo, ich behaupte, dass ich du bin. Dass du irgendwann nochmal begreifst, dass sobald du jetzt in deinem Traum ein träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt. Der ausgedachte träumende Geist, der sich nicht raussuchen kann, was er träumt, ist aber ein Gedanke von dem, der du selbst bist. Ich sage immer wieder, wenn du schon gezwungen bist, wenn du an dich denkst, an irgendetwas Existierendes zu denken, dann denk bitte nicht an einen sterblichen Trockennasenaffen, weil du laufend deine Auflösung mit deiner jetzigen Logik in der Zukunft vor Augen hast, sondern du denkst dich als einen träumenden Geist, der natürlich auch nur was Ausgedachtes ist und alle ausgedachte Dinge müssen so sein, wie sie gedacht werden und da ist jetzt deine Logik gesagt, der träumender Geist kann sich nicht raussuchen, was er träumt und alle Dinge, die der träumender Geist in seinem Kopf wachruft, in den ausgedachten träumenden Geistkopf, die sind so, die können er sich nicht raussuchen, dass er so ausgedacht wird. Das heißt, egal was du jetzt von einem... Hast du Aufnahme getroffen? Nein! Das ist aber noch mit drauf, dieses O-Kamm. Das hat noch mit Laufen, das ist ein Traum aber nicht, das ist verhorcht. Das ist verhorcht. Das kannst du ja eh bloß du verstehen. Also was soll's. Dass also hier, dann musst du schon automatisch keine Angst mehr haben, dass du in der Zukunft stirbst, weil ein träumender Geist kann nicht sterben, der kann bloß wach werden, so habe ich immer. Und du kannst bloß jetzt wach werden. Aber jetzt ist der Wachwerdeprozess letztendlich, dass du zum Träumen hinfängst. Die einzige Möglichkeit, dass der Geist was erlebt, ist, dass er sich selber da hat. Das Nichts muss ich teilen, das sind die Divisionen, die du in dir vorfindest, die Öffnung deines Intellekts erzeugt die Visionen. Und das ist jetzt deine Gedanken. Aber jetzt hören wir uns die nochmal an. Und Professor Kuckuck erklärt nun Felix Kroll Folgendes. Ohne Zweifel, sagte er, sei nicht nur das Leben auf Erden eine verhältnismäßig rasch vorübergehende Episode, das Sein sei selbst eine solche. Das ist natürlich immer ganz wichtig, das Leben auf Erden. Die Frage ist, mit welchem Zeitfenster arbeiten wir. Eine Sekunde, 1000 Jahre, eine Million Jahre. Das ist ein Kommen und Gehen. Ich sage rein erdgeschichtlich, was dein Intellekt jetzt, wenn du ins Internet gehst, über die Darwinistische Evolutionstheorie, die ja suggeriert, die von hinten nichts lässt sich weichter widerlegen wie die Darwinistische Evolutionstheorie. Da gibt es natürlich jetzt wieder Internetseiten, die das schon ewig behaupten, dass man das widerlegen kann, dass das eigentlich ein totaler Blödsinn ist. Du hängst da in einem momentanen Mainstream-Wissen drinnen und das ist dein Mainstream. Wo ich gemerkt, in einem anderen Raum kannst du das ganz anders sehen. Und ich sage immer wieder, die Grundlage von allen ist die Arithmetik. Ich rede ganz bewusst jetzt nicht von der Mathematik, dieses Problem. Es ist definitiv, wenn du jetzt dann sagst, die Darwinistische Evolutionstheorie ist eigentlich genau genommen keine Biologie. Bios ist das Leben. Wir haben im Griechischen zwei verschiedene Wörter für Leben, was viele nicht wissen. Bio-Essen, Bio. Bio ist Leben im Allgemeinen, aber Bi sind zwei, die zum Kreisen anfangen. Oder in mir ist was Kreisendes, mit Holophilling ganz einfach. Es ist auch noch Zoe. Das ist jetzt bezogen, Zoe, da kommt der Zoe her. Das Wort Zoe ist griechisch Zoe, das bezieht sich auf Lebewesen. Die Biologie ist allumfassend, Pflanzen, alles ist Biologie. Da kann auch als Unterbegriff die Tiere dazu und Zoe ist nur Lebewesen. Zoe ist eh Auto. Eh, eh Auto, ja. Auch, warte, genau so ist es. Aber nicht das Alpgriechische Wort Zoe. Aber interessant, das ist es selblich, also vom Wort her. Ja, ja. Und jetzt ist es ganz, ganz interessant. Natürlich, aber... Was wollte ich, was hat er vorher gesagt? Zoe. Nein, das Zoe, das war es nicht, du warst jetzt nicht dran schuld. Was war jetzt da bei dem Humboldt? Ach, mit dem Sein. Nein, ja. Und dass wir immer zuerst einmal wissen, wir machen zwei Arten von Sein. Meinen wir Raumzeit ein oder meinen wir Bewusstsein ist nicht existierend? Wenn wir es separatisieren, das ist so wichtig, das separatisieren, wenn ich es tiefer verstehen würde, im Moment muss ich zuerst wissen, was ich bin. Aber wir hören uns das weiter an, weil der Professor jetzt unendlich präzise wird im Sinne von Holophilie. Zwischen nichts und nichts. Es habe das Sein nicht immer gegeben und wird es nicht immer geben. Es habe einen Anfang gehabt und werde ein Ende haben. Man muss jetzt wissen, dass er, und das erkennst du nur im Kontext, du erkennst auch in den biblischen Schriften im Kontext, wenn wir deutsche Übersetzung haben und da steht ich, sehe ich im Kontext, ob im Original Arni steht oder Anokig steht. Du siehst auch, ob im Kontext Adam steht oder Enos steht. In der deutschen Übersetzung siehst du das nicht, da musst du auf den Kontext achsen. Im Hebräischen siehst du das schon an dem Wort selber. Ich zitiere nochmal, weil Literatur ist alles, das ist extrem wichtig, gerade die Literatur. Hamlet, Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage. In dem Kontext, wie das weitergeht, heißt es eigentlich hier Sein oder Existieren. Sein, Bewusstsein, Sein oder Existieren. Ein Tier sein, das ist hier die Frage. Bist du Bewusstsein oder bist du ein ausgedachtes Tier? Das ist Sein oder Nichtsein. Das ist Rot in dem Kontext, wie es weitergeht. Schlafen, Träumen, ob Edler des Gemüts und so weiter und so fort und du wirst merken, dieser Kontext ist eigentlich schon wieder reines Holophilie. Ganz krass wird es dann bei Helge. Der nennt es dann Sein oder Schein. Und der machte Sein, macht er zu Bewusstsein, ist nicht existierend. Sein oder Schein. Alles Existierende ist nur Schein. Ich sage Schatten auf der Leinwand. Und ihr merkt, dass durch dieses Denken macht das alles erst wirklich einen tiefen Sinn. Als materialistisch dahergeschwätztes Leergesappere, was der bringt. Er als Ding an sich, diese Lautsprecherstimme, das Bickelmännchen. Kann der überhaupt was verstehen? Inwieweit, und jetzt schau in dich rein, inwieweit ist dir noch der Glaube, dass irgendwo ein Professor Lesch, der hochstudiert ist, irgendwann in der Vergangenheit diesen Vortrag gehalten hat? Das musst du, ich sage immer wieder, mach dir bewusst, was jetzt da ist. und du kannst nur das dir bewusst machen, was jetzt da ist, in einer Form von Existenz und dann erfordert es schon eine Existenz von einem Chat, das zwar nicht auf dem Bildschirm ist, aber im Arbeitssprecher ist. Weil Chats können auch existieren, aber in einer nicht sichtbaren, nicht wahrnehmbaren Form, sinnlich wahrnehmbar, noch Gedanken als Information. Ich sage immer wieder, der Bereich deiner Informationen erstreckt sich von einer hardcore sinnlichen Wahrnehmung auf deiner Verwerbbrille, wo du meinst, das existiert unabhängig von dir, bis hin zu Gedankenbildern, wo ich bei geschlossenen Augen, sehr interessant, wenn man da längere Zeit spielt, träume ich eigentlich in Farbe und ich muss jetzt als Udo, ich rede jetzt wirklich nur als Udo in einer normalen Sache, es ist mit jedem Programm anders, dass du eigentlich, wenn du aufwachst, ist es immer so, was du gedacht hast, du es da und ich habe voll Zustände in einem Hellzustand, wo ich weiß, ich bin jetzt, so wie ich jetzt meinen Körper empfinde, ich sage jetzt, so wie ich es dir jetzt zuspreche, wenn du an deinen Körper denkst, ich spreche ja nur mit dem Geist, dass du jetzt den Körper hast und in einer Übergangsphase des Aufwachens habe ich ein eindeutig hundertprozentig sicheres Gedankenbild, das ein Bild ist, wie wenn ich die Augen offen habe, obwohl ich im selben Moment hier gefühlsmäßig meine Augen ziehe, dass die noch zu sind. Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl, wenn du das kannst. Dass du ein Bild siehst, wie wenn du die Augen hoffen hast auf der Verabriere, spürst du aber im selben Moment mein Gesicht mit geschlossenen Augen, dass du hundertprozentig sicher wirst, das ist jetzt nur ein komplett realer, feinstofflicher Gedanke, der aber vollkommen real aussieht, wie wenn ich jetzt die Augen aufmache, wo ich nur auf die Verabriere schaue. Das ist so der Übergang, aber wir hören uns die nochmal weiter an. Raum und Zeit, denn die seien nur durch das Sein und durch dieses aneinander gebunden. Raum und Zeit sind nur, und jetzt machen wir das gleich richtig, sind nur durch das Existieren von irgendetwas aneinander gebunden. Und jetzt kommt diese ganz hüttliche Metapher, darum wiederhole ich die, das muss schlafwandlerisch installiert sein. Wir brauchen einen Unterschied. Und ich bin und nenne ich das schon nichts, nichts. Es müssen zwei Sachen sein, die wollen wir jetzt gar nicht definieren, die sich in irgendeiner Art und Weise zu unterscheiden. Und es kann auch zwei verschiedene Nichtse geben, ich sage immer, die Implosion und die Explosion. Dieses Alla oder Elle. Und zwar, wenn ich jetzt mir bildlich vorstelle, ich nehme einen Zettel Papier und mache einen Punkt drauf. Das ist ja eigentlich kein Punkt, sondern eine Fläche. Wenn ich das sehe, ist es schon eine Fläche. Und ich brauche immer einen Hintergrund. Jetzt kann ich natürlich, das Blatt Papier hat wieder einen Hintergrund, aber jetzt passiert was Eigenordentliches. Jetzt machen wir einfach ein Spiel von Symmetrie. Wenn wir jetzt diese kleine Fläche, diesen Punkt, den wir ja Punkt nennen, wenn ich den kleiner mache, muss im selben Moment, wenn ich das kleiner mache, muss das andere größer werden, muss die Fläche größer werden. Was passiert jetzt, wenn ich den Punkt, diese kleine, das sind zwar die zwei übereinanderliegende Flächen, wenn ich den Inneren zusammenschmiere, muss der andere größer werden, weil den brauche ich ja als Kontrast. Wenn ich jetzt den Punkt zu einem weltlichen, arithmetischen Punkt mache, zu einem Nichts mache, ist die Fläche unendlich groß. Und jetzt pass auf, Dieter, jetzt kommt der Sprung, da du ja auch dreidimensional dir was vorstellen kannst, nennen wir jetzt den Punkt nicht Punkt, sondern wir denken, unsere kleine Kugel. Jetzt ist das Objekt, das ich vorher als Fläche bezeichnet habe, wo ich eine Gegenfläche brauche, ist, die Kugel ist eingehüllt in einen Raum. Und wenn ich jetzt die Kugel immer kleiner mache, bis sie nichts war, war der Raum unendlich groß. Aber der ist nichts. Das, was ich dir jetzt erklärt habe, dieses wirkliche Phänomen der Wirklichkeit deiner Gedankenvorstellungen, es gibt überhaupt keinen Raum, wenn kein Gegenstand da ist. Das heißt, der Raum entsteht erst immer in Verbindung mit etwas, was, so wie du einen weißgeschriebenen Namen auf dem Wasser bleibst, ich brauche zu dem Punkt oder zu dem Wort brauche ich einen Kontrast, brauchst du zu jedem Gegenstand eine äußere Höhe, einen Kontrast, dass du das heraus machst. Und da habe ich lange, lange gerätselt, wie ich das noch genauer erklären kann. Ich sage, jetzt denken wir uns El Hayom, den Geist, der ja eigentlich dieser Punkt in der Kammer Obscura ist, den denken wir uns jetzt als ein unendlich großes, einen Raum voller Wasser. El Hayom, Gottes Meer. Nicht gedeiht schon Wasser, Himmel, sondern es gibt nur Wasser, es gibt nur Geist. Wir schauen uns einmal nur diesen unendlich großen Hintergrund an, wo natürlich jetzt langläufig mir wieder einen Kontrast dazu brauchen. Okay, es ist nur Wasser. Und dann sage ich hier, Wasser hat drei Aggregatzustände. Das heißt, wir bleiben jetzt in unserer Vorstellung von Wasser, Wasser besteht aus Wassermoleküle, die denken wir uns jetzt als kleinstes Deichen, nicht jetzt nur H2O nochmal aufgesplittert. Und wir können die Aggregatzustände verändern. Das heißt, wenn ich jetzt in dem Wasser einen kleinen Bereich, das ist meine Geschichte mit dem Eiswärtsfisch. Es gibt welche, die wissen das noch und die anderen wissen es nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Eiswärtsfisch aus dem Wasser ein kleines Fischchen mache, so groß wie ein Eiswärtsfisch, aus diesem Wasser und ich tue dann diesen Eiswärtsfisch in das Wasser rein, dann habe ich genau den Zustand, dass ich einen Unterschied habe zwischen dem Eiswärtsfisch und dem Wasser drumherum, obwohl ich kein einziges Wassermolekül hinzugefügt und weggenehmt habe, dass die Wassermoleküle drumherum nennen wir flüssig und der Eiswärtsfisch ist komplett, ein kleiner Teil dieses Wassers in Form eines Eiswärtsfischs ist ja unterschieden, weil das eben nicht flüssig ist, sondern fest ist. Ich denke, ich muss mir immer an einen Unterschied denken, aber ich habe eigentlich an dem Medium, dem ich jetzt Wasser als Geist überhaupt nichts verändert. Ich habe einen Unterschied geschaffen, ohne dass ein Unterschied da ist. Das ist mein Nichts-Nichts. Und jetzt ist es definitiver so, dass wenn du jetzt dieser Geist bist, ich sage immer, in dir kristallisiert sich ein Gedanke wie ein Eiswärtsfisch und lösst sich wieder auf, aber es ändert an der 200 Gramm Rote Gnade überhaupt nichts. Das ist nur eine andere Metapher. Okay, aber was hier wichtig ist, ist schon die Erkenntnis, dass es einen Raum ohne Gegenstände überhaupt nicht gibt. Weil der Raum nämlich, der Kontrast ist zu einem gewissen Gegenstand. Ich kann mir natürlich dann auch mehrere Gegenstände reinigen. Ich kann mir auch weiße Blatt Papier mehrere Punkte drauf machen. Aber da gilt immer wieder dasselbe, wo ich die Metapher mit meinem Luftballon mit den Punkte drauf. Auf einer Fläche ist jeder, einer unendlich roten Fläche ist jeder Punkt der Mittelpunkt. Auf einer Sphäre, auf einer Kugeloberfläche ist jeder Punkt der Mittelpunkt der Kugeloberfläche. Im ersten Moment klingt das so unglaublich. Und ich sage, man kann das so leicht mit einem Luftballon demonstrieren, wenn da Punkte drauf sind. Das heißt, der Mittelpunkt ist, wenn ich jetzt die Fläche größer mache und ich habe rote Punkte drauf, ich sage, da sind Punkte drauf und du schaust jetzt, fokussierst einen Punkt an und ich mache den größer. Dann geht der Punkt ja, wenn du in die Mitte von dem roten Punkt schaust, geht der Punkt ja nach auseinander. Aber der Witz ist, die Punkte drumherum gehen gleichmäßig. Wenn der sich aufbläst, gehen, dass du siehst, dieser Punkt, den du anschaust, ist der Mittelpunkt von dieser Kugeloberfläche. Jetzt, wenn ich das aber drehe, gilt es für jeden. Wenn du jetzt das sagst, ja, wenn ich jetzt hinschaue und die Punkte gehen auseinander gleichmäßig. Ich fokussiere, ich habe eine Kugel und die Punkte gehen gleichmäßig auseinander. Jetzt stell dir mal vor, du hast bloß einen kleinen Bildaufschritt, der Luftballon wäre jetzt größer und du schaust, dass du eine Stelle an und alles strebt weg. Und ich drehe jetzt das Ding und du schaust dann an einen anderen Punkt und dir dasselbe aber auch. Das heißt, alles, was aus deinem Fokus rausgeht, es strebt alles um dich herum weg, aber wenn ich woanders hinschaue, ist das auch wieder der Mittelpunkt. Und darum sage ich jetzt rein im Denken, dass egal, was du jetzt um dich herum denkst, das hinter deinen Augen, der Geist, wenn du dir den Schädel denkst, ist der Mittelpunkt von allem. Von der Welt, die um dich du rum und über dir und unter dir ausdenkst. Ob wir das jetzt Ellingen nennen oder bei Reuten nennen, oder Paris nennen oder mein Wohnzimmer nennen, ich habe meinen vor mir, einen hinter mir, einen über mir, einen unter mir, ich verändere nur die Paripherie, die Form der Gnede. Stimmt oder stimmt? Raum, sagte er, sei nichts weiter als die Ordnung oder die Beziehung materieller Dinge untereinander. Das ist der Kosmos, die Ordnung. Dinge, die ihn einnehmen, gäbe es keinen Raum und auch keine Zeit. Denn Zeit sei nur eine durch das Vorhandensein von Körpern ermöglichte Ordnung von Ereignissen. Das ist im Hebräischen einfach nur eine augenblickliche Erscheinung. Das ist ja alles, sobald du anfängst, raumseitlich zu denken, erschaffst du automatisch schon den Raum. Dann haben wir uns einen Heisenberg, die alle Recht haben, wo dann auch schon das Deichen-Welle-Phänomen ist, ein Widerspruch in sich selber, wo man sich geeinigt hat, dass eigentlich die Welle und das Deichen dasselbe ist. Das ist so der Stand der Technik zur Zeit im Deichen-Wellchen von da vorne in Bezug auf Photonen. Photonenlicht besteht aus Deichen und aus Wellen gleichzeitig. Was ja totaler Blödsinn ist, weil die sagen, die sind etwas und sind nichts gleichzeitig. Was dann aber doch irgendwie wieder stimmt, wenn ich Wellenberg und Wellental, weil was ist eigentlich das Wellental als Ding an sich? Nichts. Und was ist die Welle? Ja, die ist ja etwas. Aber die Welle, dieses Etwas wird es ohne das nichts gar nicht geben. Das ist ja so eine ganz einfache Metapher. Da mache ich immer noch meine Trennlinie. Und sobald du raumseitlich denkst, dann führt uns die Heisenbergsche Unschärfe-Reaktion zu einem eigenartigen Ding. Du kannst eben weder nur den Ort eines Deichings genau definieren oder die Geschwindigkeit. Da bin ich oft drauf eingegangen, weil um eine Geschwindigkeit zu messen, du musst nur anschauen, die Geschwindigkeit ist ja definiert, wir sagen jetzt zum Beispiel um einen Kilometer pro Stunde. Aber um diese Geschwindigkeit zu messen, muss ich mindestens einen Kilometer eine Strecke aufspannen und ich brauche eine Zeit, wo irgendein Objekt, das ich mir jetzt vorstelle, von da nach da geht. Aber der Witz ist, wenn ich mir jetzt das nicht verändere, immer nur den Blickwinkel, wenn ich es so mache. Es befindet sich aber immer hier. Das heißt, du kannst entweder den genauen Punkt definieren oder du kannst die Geschwindigkeit von da nach da definieren. Um das schöner zu machen, dass ich einen Schritt weiter gehe, das steht in den Ohren Wahrungen schon drin, da hat Eisenstein, Heisenberg auch bloß ein bisschen recht, weil ich dir sage, du kannst weder das eine noch das andere definieren. dann wird jetzt der Physiker oder der Mathematiker sagen, ja selbstverständlich, wenn ich mir doch jetzt ein XY Achsenkreuz oder ein XYZ Raum denke, kann ich genau mit den Angaben von den Kordonnaden genau erklären, wo der Punkt sich befindet. Stimmt oder stimmt? Das große Problem ist, ich kann innerhalb dieses Achsenkreuzes, bleiben wir mal bei zweidimensional, XY, und wir sagen jetzt meine ich 5 rüber auf X, 5, 7, Y. Dann habe ich doch den Punkt genau definiert. Ich sage, ja innerhalb dieses Kästchens, aber wo ist der Nullpunkt? Den setze ich doch auch irgendwo hin, der hat ja schon wieder einen Hintergrund. Du kannst gar nichts definieren und mit Holophilien wird das genau definiert, das ist hier und jetzt. Erst, wie ich immer sage, durch die Kornaden, Längen, Breitengrade. Diese zwei Angaben, wo befinden wir uns jetzt? Ja, ziemlich genau würde ich jetzt einmal sagen, wir sind jetzt ungefähr 11 Grad Ost und wo soll man, ich weiß jetzt gar nicht, wie wäre ich mir vergesslich? Litt das genauso? 51. 51, um die 50 rum. Knapp um die 50 rum. Zack, zack. Die zwei Angaben geben aber erst die Richtung an. Es wird jetzt zwanghaft stillschweigend vorausgesetzt, dass wir uns auf einer Erdkugel befinden, also sind wir ungefähr hier knapp 7000 Kilometer in der Richtung an dem Punkt. Aber das ist schon wieder, das wird gar nicht dazu gesagt. Das ist dann immer noch im Mittelpunkt, das ist erst die Richtung. Denselben Fehler macht man übrigens in der Kosmologie, wenn du jetzt ein Astroprogramm laufen hast, dass jetzt in dem Moment, wo man jetzt schaut, wo befinden sich jetzt die Sterne um uns und so, es wird dasselbe Prinzip angewandt, bloß dass man jetzt die Erdkugel als einen Punkt betrachtet, weil das ja vernachlässigbar klein ist in Bezug auf das, wo man hinterholt. Es wird immer was weglassen. Das ist wie bei meinem Wurzelbegriff. Man lässt immer was weg, weil das ganze System, die ganze Arrhythmia aufbaut, dass sie nicht wissen, was die Wurzel ist. Die Wurzel ist das. Der negative Wert oder der positive Wert hat keine praktische Bedeutung, weil sonst wird es ja gar nichts geben, da wäre ja alles hier und jetzt. Aber das wäre ja wirklich irrsinnig, so was zu glauben. Ich sage nicht, das ist das, was es ist. Das Produkt der Bewegung von Ursache und Wirkung, deren Abfolge der Zeit Richtung verleihe, ohne welche es die Zeit nicht gebe. Raum und Zeitlosigkeit aber. Das ist interessant. Die Abfolge Richtung verleihe. Richtung ist immer was Ausgedachtes. Und wir haben jetzt in dem Wort Richtung beginnt schon das berechnende Ich, das Rich. Rich, Ruch. Wir haben wieder die Grundratik, ein Chat. In dem Kopf ist eine riesengroße Kollektion. Und dieses Chat als Rich ausgesprochen heißt übrigens auf Hebräisch Rich. Wir haben ja Ruch. Rot geschrieben, es ist der Geist. Blau gelesen ist es dann der Wind oder die vier Weltgegenden. Jetzt sind wir schon, jetzt ist unser Petraederspiegel schon da, auf den wir in der neuen Schrift so genau eingehen, wo ich gesagt habe, hier die paar Seiten, wo ich jetzt geschrieben habe. Und Rich ist das hebräische Wort, das heißt, das heißt einmal Geh-Ruch. Interessant. Geh-Ruch. Das ist recht. Und hast auch Duft. Duft. Du bist eine Facette, die in dir selbst in Erscheinung kriegt. Und zwar ist dein Geist, macht jetzt eine geistige Berechnung, Geh-Ruch, und es wird ein aufgespanntes Chat. Das ist dein blaues Ich. Geh-Ruch. Das werden wirklich physikalische Formen gibt. Das ist, mit Holophilien müssen wir gar noch nicht so die Physik, die zeige ich dir dann neu in die Physikbücher. Jetzt, wenn ich noch was, dass dieses FT, haben wir ja dann PD, das Wissen, das in Erscheinung tritt, du wirst zu dem Wissen, Duft, du wirst zu dem Wissen, zu diesen Facetten, die in dir in Erscheinung treten, als PD geschrieben, und jetzt wird es interessant, das ist zuerst einmal das hebräische Wort für die weibliche Scham. Scham ist wieder wie ein, was für ein Namen, hebraisiert, welchen Namen gibst du den Dingen? Wobei das Wort Namen beginnt mit die existierende Schöpfung, ist eine Gestalt geworden, Existenz. N-A heißt, unreif, noch nicht gar gekocht, hebraisiert dann wieder geschrieben, und M-N heißt, Man ist Denk. Menz. Das sind die Namen. Du denkst mit Namen. Die Worte sind dann nochmal, das ist ja die Scham, die weibliche Scham, und dasselbe Wort heißt drum auch Brocken und Bissen. Aber da wir wissen, dass B auch W ist, wird jeder Bissen, ist ein Bissen von Wissen. B ist W. Ist ein Bissen von Wissen, es ist ein Brocken. Und da haben wir jetzt schon den Rock, ein febräisch, B-Rock heißt, in einem Rock stecken, wir nennen das auf Deutsch Gleit, Gleit, das ist jetzt wie Leid, Leid ist wieder wie eine auseinandergeschmissene intellektuelle Eröffnung. Ich hoffe, ihr könnt folgen. Und jetzt ist aber, Rock auf Englisch heißt ja auch Fels, was das hebräische Wort Zur ist. Die Geburt an der aufgespannten Berechnungen und das heißt auch, das hebräische Wort für zu form werden. Zu form werden, zur ZR, die Geburt an der Berechnung und aufgespannten, das steckt in dem Brocken drin, was wir natürlich auch mit BR beginnen können, das Äußere. Alles in dem Wort, wir waren durchs beim Riech jetzt. Jedes Wort wird jetzt, generiert sich hoch wie ein Mandelbog, fragt euch. Das sei die Bestimmung des Nichts. Dieses sei aus... Es ist alles, was du erlebst, ist eine Bestimmung des Nichts. Das Nichts ist die 200 Gramm rote Gnede und dein Blau ist ich, dein Ego, bestimmt welche Form du kriegst. Ausdehnungslos in jedem Sinn. Ausdehnungslos. In jedem Sinn, in jedem... Konditio sine qua don, die Bedingung, ohne die nichts geht. Jetzt ist ja schon, das Wort Sinn haben wir schon, S-I-N, rot geschrieben, Bewusstsein ist göttliches Sein. Und dann brauchen wir noch eine Existenz dazu, weil das eine, wo wir denken, das Nichts entsteht ja schon, schon wenn ich nichts denke, brauche ich was Existierendes, um das Nichts darzustellen. Das ist das Geräusch Nichts. Praktisch zum Geräusch Nichts gehört dann das, was es bedeutet. Stehende Ewigkeit und nur vorübergehend sei es unterbrochen worden durch das raumzeitliche Sein. Stehende Ewigkeit. Steckt die Ehe mit drin. Und vor mir, vorgestellt, übergehend, geistliche Ehe-Existenzen. Vorübergehend. Wie war das nochmal? Und dein Logo sei ja, ja, nein, nein, alles, was überflüssig, was darüber hinausgeht, ist böse, ist wrong. Wie genau, wenn diese Deutschen, deutsch-deutschen Worte sind. Mehr frisst, um Äonen mehr, ist interessant, mehr frisst. Mehr frisst alles, was es aufwärts, wieder, wieder, merkst, du wirst plötzlich in einen Komplex von Wahrnehmungen hineingesogen. Dem Sein gegeben als dem Leben, aber einmal mit Sicherheit wird es enden und mit ebenso viel Sicherheit entspricht dem Ende ein Anfang. Das ist jetzt, das Hauptproblem ist das chronologische Denken. Es ist so schwer zu verstehen, dass alles, was du denkst, jetzt denkst. Und dass es hier ist. Den Anfang, den du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, den denkst du jetzt und er ist hier. und das eventuelle Ende, dass du dir jetzt in die Zukunft denkst, denkst du auch jetzt und es ist auch hier. Und wenn alles hier und jetzt ist, haben wir das Phänomen, wo die Physiklischer sagen, wenn sich dieser Zustand, muss sich das Ding mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und jetzt kommt dieser schöne Widerspruch, wenn sich was mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, gibt es keinen Raum mehr und keine Zeit mehr. Aber ist nicht Geschwindigkeit definiert durch Raum, durch Zeit? Merkt ihr, dass alles, was sich widerspricht, plötzlich beide Seiten gleichzeitig betrachtete seitliche Ganze ergeben? Das ist der Sprung mit Holophil. Und das wird dir so eine Freude machen, umso mehr du das durchschaust. Und dann willst du das wieder mitteilen, weil in deinem tiefsten Inneren ist angelegt, in Göttlichsein, in der rohen Liebe ist angelegt, alles was man besitzt, mit sich selbst, mit Facetten von sich selbst zu teilen. Und dann wirst du zuerst einmal erkennen, dass die Gedanken von dir als Ding an sich zwar Facetten sind, obwohl sie keine Facetten sind. Weil der, der immer ist, ist etwas nicht existierendes und die Facetten sind etwas existierendes. Das ist der Widerspruch in sich selber. Die Heiligkeit kann nicht geteilt werden mit Wellen und dann doch wieder irgendwie, weil die ja in sich selber, in sich selbst auch heilig sind, wenn sie sich ihrer Gestaltenheit bewusst werden. Du all. Du bist nichts und du bist all. Le es. Wann habe die Zeit das Geschehen doppelt aufgespannte Schöpfung ist plus M minus M. Wann? Das Bewusstsein Gottes S-I ist N-M Sinn. Jetzt haben wir ja wir sind, heißt das Bewusstsein Gottes ist die existierende Öffnung N-D-S-I Das Bewusstsein Gottes ist auch eine existierende Öffnung. Weil ein ausgedachtes Bewusstsein ist es, was ich gerade mit nichts sage. Das Bewusstsein ist etwas nicht existierendes. Bis das Bewusstsein an sich selber denkt, dann denkt Bewusstsein das Wort Bewusstsein. Dieses Wort Bewusstsein Blaugelesen ist etwas existierendes. Es ist Bewusstsein selber, der das anschaut, was er denkt, was er sagt, das bin ich. Darum ist das Rot-Blau-Lesen so interessant. Merkt ihr, was da drinsteckt? Jede, jede, das ist das, wenn ich sage, gib mir mal die Tüten, so gut, da steht auch sowas drauf, so schöne Geschichten. Ich bin begonnen. Wann, ach doch, wann, sei die erste Zuckung des Seins aus dem Nichts gesprungen, Kraft eines Es-Werde. Er ist ein Philosoph, er zitiert leider nur, er zitiert nur, er hat es nicht verstanden. Es-Es-Es-Werde. Wie schreibe ich in der neuen Schrift, ich habe da ein paar kleine Auszüge in den letzten Selbstgesprächen, ich schreibe jetzt immer E-Quadrat-S. Energie ist Bewusstsein und dieses kleine Quadrat ist J-C-H-I-C-H. Das sind wir, ich und du, ich als der, der es erlebt und du, der es dich personifiziert erlebst, weil du mit einem Blau und ich dich verbunden hast. Was jetzt weder positiv noch negativ ist, sondern die Grundlage von Leben ist. Und darum ist es auch in der Einstein-Folge, wo ich so oft gesagt habe, dieses E-S-M-C-Quadrat, das Einstein niemals geschrieben hat, im Original steht E-Quadrat ist M-Quadrat, wir brauchen zwei Gestalten drüber, die Plus- und die Minus-Werde, plus C hoch 4 und das sind die vier Quadranten im Einheitskreis, die diese zwei Gestaltwerdungen aus vier Quadranten, das ist C hoch 4. Können wir ganz groß Folgen? Und dieses E-S-Werde ist doppelt aufgespanntes erwecktes Wissen. Die E-M-Geöffnete Existenz. Urteil. Ein doppelt aufgespanntes erwecktes Urteil. Werte. Wissen. D-E. 470. Physik. Das ist ein Physiker, er kennt sich aus. Vertraut im Lesch. Er zitiert natürlich jetzt bloß. Aber warte mal, wenn er dann, wenn der Lesch jetzt dann durchkommt, wenn er aufhört, Dienst. Das mit unweigerlicher Notwendigkeit bereits, dass es Vergehe in sich geschlossen habe. Vielleicht. Das ist halt das Problem. Er redet wieder in Zeit. Es werde und das Vergehen ist in sich. Schau mal. Doppelt aufgespannte erweckte Wissen, dass in sich geschlossen das Vergehen schon installiert hat. Ist das Holofilling oder nicht? Ist das Poesie? Und ohne die Voraussprache, die ganzen Literaturkritiker, es sind einfach nur Gedanken. Verlange das Gedanken, das versteht. Sei das Wann des Werdens gar nicht so lange her. Das Wann des Vergehens gar nicht so lange hin. Nur einige Billionen Jahre. Genau. Jetzt. Es kommt jetzt. Es ist süß. Und du wirst merken, das was jetzt ist, du hast jetzt ganz mal schauen, wenn du sowas hörst, klickst du das an und dann machst du das weg. Und wenn du dich einmal damit beschäftigst, wenn du Holofilling- Grundlagen hast, ist alles, egal was, selbst die Bedienungsanleitung von irgendwas wird komplett verwandelt und du wirst fest, da steht ja überall dasselbe drauf, bloß in einer anderen Perspektive, in einer anderen Ausdrucksform. Und in dem Traum, die Figuren werden es nicht verstehen, im nächsten Traum werden es die Figuren, Figuren Trauminnen sollten doch auch nicht verstehen, aber es ist dann eh alles anders. Das ist dann immer wieder die Vorstellung von einem Himmelreich, dass man dann wieder trifft und dann auch wieder, aber wir haben dann immer noch eine Welt mit anderen Mitmenschen, die immer noch trocken auslaufen sind, die älter waren, aber dann gibt es keine Grieche mehr und dann gibt es keinen Regen, keine Bösen mehr. Das ist die totale Entheiligung, diese Vorstellung, wenn wir jetzt im Himmel sind und in der Hölle, die es dann auch noch mal gibt, das ist die totale Entheiligung des eigenen Geistes. Und was dann danach kommt, sage ich immer wieder, selbst in dem jetzigen Buch wirst du feststellen, wenn du auf den ersten Zeiten bist, ich sage mal, in der Windelforse, hast du keine Ahnung, was es heißt, der Schuldkind zu sein. Und wenn du das Schuldkind bist, hast du keine Ahnung, wie sie sich lebt, wenn man pubertierender ist. Das ist ja jetzt schon, weil du eben nicht von unten nach oben schauen kannst, du kannst dich nur überraschen lassen. Aber es wird niemals dieses Spiel in einer von dir jetzt ausgedachten Zukunft enden. Durch einen Tod oder sonst was. Was es ewig ist, du kannst ewig, kannst du im Laufrad machen, denke ich, wahrlich, ich sage dir, ein Jahr ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Diese chronologische Zeit ist das Problem. Du wiederholst, ohne das mitzukriegen. Es wiederholt sich übrigens auch immer mein vorgestellter Alltag. Das ist ja gerade immer auch hier heute Morgen, wenn da sollten welche in den Chat-Line geschaut haben, ich habe da so eine Kleinigkeit gebracht, das heißt, du bringst das dritte Gebot. Und jetzt kann man natürlich da ein bisschen vielfältig sein, weil spontan, hätte ich jetzt gesagt, wie ich das höre, der Udo hat sich da ein bisschen versprochen, weil es geht eigentlich um dieses sich Sachen ausdenken ist der Bruch des zweiten Gebotes. Dann hat wieder der Ivi Jogo oder was wie er heißt, keine Ahnung, das JV irgendwas, der hat dann hier einen Auszug gemacht bei mir, wo ich kurz die Gebote mache, du darfst keine Worte entheiligen. Wenn wir jetzt in die Bibel reingehen, noch einmal auch in der Verschiebung heißt das eigentlich das dritte Gebot. Was ist das dritte Gebot aus dem Stehgreif? Erstes Gebot, mach dir kein Bild von Gott, von dir selbst, mach dir kein Bild von irgendwas da drum im Himmel. Zweites, was ist das dritte, hat es wer im Kopf? Sollst nicht töten. Nein, nein. Der Feiertag. Der Feiertag. Der Feiertag. Die da wieder, schau, die da ist halt der erste Holofeeling-Mensch hier. Du sollst den Feiertag heiligen. Den Tag des Herrn, gell? Den Tag des Herrn. Aber jetzt ist ganz interessant, was ist hebraisiert DG? Wir bleiben nur konsonant. Dieser immerseiende Geist, den sollst du nicht entheiligen, das ist DG, wenn wir jetzt 403, 403 als konsonante Erotix von dem Tag, du sollst dem Tag nicht entheiligen, den Feiertag heiligen, die Worte, ich sag dann, du sollst die Worte nicht entheiligen. DAK heißt Zeichen, Apostroph, die kleinsten Zeichen, du darfst selbst das kleinste Zeichen nicht. DAK ist der Apostroph oder die Zeichen, die kleinsten Zeichen. Du selbst selbst die kleinsten Zeichen musst du heiligen. Wieder die kleinsten Wasserstückchen musst du in der Lage sein, wieder in das heilige Ganze einzufügen, ohne das zu verändern. Und her vielleicht. Unterdessen feiere das Sein sein Tumultuöses, das Wort habe ich nie wieder irgendwo gelesen. Das kommt von Tumult, das heißt aufgewühlt werden. Das lateinische Wort Tumultus. Beginnt aber mit Tumultus, das ist ja die eigenartige in unserem Atom. Das war ja die Physiker ein elementares Gebot. Ich sage, das Atom ist die totale, die Vorstellung der Quantenmechanik oder der Physik oder der Chemie von Atomen ist die totale Entheiligung. Das war das Atom, weil Atom heißt das Unteilbare auf Griechisch. Und wenn wir das herpreisieren, habe ich ja ein paar Mal schon gesagt, heißt das zum einen Vernichten und Vollkommenheit. Du musst alles wieder vernichten und wieder vollkommen zu werden. Das sind die zwei Seiten. Das kommt übrigens an der Stelle, wo es dann hast, der Adam ist Seguam wie Nikawa, habe ich oft gesagt, als so Denker ausgedachtes, männlich und weiblich. Und dann kommt diese Stelle und Sie sind eins, Sie sind eins, sind Sie, genau heißt es da und eins sind Sie. Und dieses Wort, was Sie sind, da steht ATM, mit einem Hatten, nicht wie der Adam, ist er mit einem Weichendieh, mit einem Dalit, sondern da steht Alif, Tav, Entmen. Und das Tom alleine heißt Vollkommenheit, aber auch Vernichtung und als Vorsilfe ist ja imperfekt, ich werde vollkommen, aber das werde ich erst, wenn ich mich vollkommen vernichtet habe. Ist das geil oder ist das geil? Ich meine, wer denkt sich denn sowas aus? Die Antwort ist ganz einfach. Du, weil du dir jetzt den Udo ausdenkst und der Udo das zählt, was du dir ausdenkst, wenn du träumst. Sein tumultuöses Fest in den unermesslichen Räumen, die sein Werk seien und in denen es Entfernungen bilde, die von eisiger Leere starren. Meine Güte. Das ist Entfernungen bilden beilet im Kind. Die Entfernungen bilden im Kind. Verrückt, ne? Ist das Deutsch-Deutsch nicht wirklich göttlich? Ja. Wenn man es versteht. Jetzt kommt natürlich der Physiker durch. Es ist großartig. Wir gehen jetzt noch weiter. Aber es ist so gut. Die eisige Leere. Damit werde ich mal beginnen. Ich habe... Hast du übrigens Sabgir gemerkt, was er gesagt hat? Kristallig. Nein, es ist ge-rossartig. Die eisige Leere. Die müssen zuhören. Es ist ge-rossartig. Das Ross ist doch Sus. Ja. Das ist der Jesus. Es ist ge-rossartig. Es ist großartig. Ich habe übrigens noch einen Stuhl, falls noch jemand... Den kann ich nämlich jetzt nicht mehr gebrauchen. Jetzt ziehe ich mich zurück, also tischtechnisch. So. Das ist das einzige akustische Merkmal, das Sie während des ganzen Vortrags hören werden. Ansonsten werde ich immer nur hier vorne stehen und hin und her gehen. Denken Sie daran, Sie schauen abends in den Himmel, und zwar einen nicht bewölkten Himmel, und sehen Sterne am Himmel. Man hat Ihnen gesagt, es seien Sterne, einige davon sind keine Sterne, es sind Planeten, aber Sie sehen Sterne am Himmel. Man hat Ihnen gesorgt. Und jemand sagt Ihnen, diese Sterne seien Tausende, um nicht zu sagen, Abertausende von Lichtjahren von uns entfernt. Das sollte Sie schon aufmerksam machen. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass zwischen diesem Stern und Ihrem Auge nichts ist, was das Licht verschluckt hat? Bedeutet das tatsächlich starrende Leere? In der Tat. Wenn es nämlich etwas gäbe da draußen, was irgendwie das Licht absorbiert hätte, dann würden wir von den Sternen nicht... Das ist übrigens der Star und der Stern. Das Stereo, das, was ich oft gesagt habe, bei mir mein Fachgebiet, Stereo, es ist sehr... Du lernst von klein auf, Stereo hast ja zwei Räumlichkeit. Stereo ist eigentlich der Begriff, was die Akustik mit zwei Lautsprecher machen, mit zwei Bildern, zwei verschiedene Klangbilder, die minimal verschieden sind. Die oberflächlichen, wenn ich jetzt Stereoanlage laufen lasse und ich lasse eine Box laufen und lasse die andere Box laufen, wenn der Stereo-Signal, klingt das ja praktisch gleich. Es ist aber minimaler Unterschied und der minimale Unterschied erzeugt dann eine Räumlichkeit. Das sind Klangbilder. Ich kann aber auch zwei Bilder nehmen, die oberflächlich das Bild und das Bild fast gleich aussieht, aber der minimale Unterschied erzeugt die Räumlichkeit. Darum ist man darauf hingegangen, dass man hier Stereo auch räumlich nennt. Aber das Wort Stereo hat mit Räumlichkeit gar nichts zu tun. Das kommt von Star, wo auch das Wort Stern herkommt. Und ich habe euch darauf hingewiesen, wenn die platonischen Körper, die findet ihr eben die Mäos, das ist ein Platon-Dialog, unendlich tief und da wird niemals in der deutschen Übersetzung reden immer von Räumlichkeit, von Raum, der Körper, der Raum. Im Original steht ein Stereo-Mater. Das heißt eigentlich, es ist ein Stereo-Bilder, den Raum gibt es gar nicht. Und da kommt das Stereo, das heißt unbeweglich, feststehend, unbeweglich, unverrückbar. Das ist eigentlich hier die Grundradikste für und jetzt kommt schon wieder das Licht, das hier eine riesen Entfernung ist und das ist die Falle dieses Nach-GF. Das ist die Quelle einem Leid, genauso die Religion. Das ist nämlich die Religion aller Religionen. Was ich immer wieder sage, es gibt nur eine Weltreligion in deinem Raum und das ist erst einmal der Materialismus. Egal welcher klassischen Religion du angehörst und Religionen als Ding an sich ist immer ein Kampf um einseitige Meinungen. Und da muss man jetzt, ohne dass wir böse sind, dieses unendliche Leid, das Religionen über die Menschheit gebracht hat, bis zum heutigen Tag, die natürlich überhaupt nicht leiden müssen, weil wir uns das denken. Jetzt machen wir wieder Hörnwichserei. Immer wieder daran denken, ich meine das Hörnwichserei, und da haben wir dieses Wichsen, kommt vom Wachs, vom Wachsehen, vom Christus, aber ich bin nicht gestern, weiß nicht, wie weit, wer hat das gestern gehört, wer war da dabei schon, da waren die meisten noch nicht da. Das ist also dieses Wachsehen, da haben wir den Christus dann drin, das Einreiben, dieses Spiel. Du baust irgendwie mit einem Reizauslöser, spielst jetzt dein eigenes Gedankenspiel, wie ein Neu, das du in dir aufbaust, und ich sage immer wieder, du musst dir jetzt bewusst machen, dass alles, was du jetzt aufgrund eines Reizauslösers dir ausdenkst, mit der Logik, die du zum Denken benutzt, dass das jetzt nur jetzt, natürlich ein Geflackere, von dieser Chat im Hintergrund, auch jetzt, wenn du rumflackerst, dass das nur hier und jetzt in deinem Kopf ist, und du wirst feststellen, das passiert ja, jetzt rede ich wieder von normal, normale Logik. Die meiste Zeit hängst du in einer persönlichen Gehirnmixerei, einer Kleinigkeit, dir fällt was ein, ach, da muss ich jetzt noch einkaufen gehen, und dann ist dieses und jenes, und dann ist, schau in dich rein, dann denkst du dir vielleicht an den Supermarkt, inwieweit ist in dir der Glaube noch, dass der da außen ist, auch wenn du nicht an ihn denkst, und dass du mit dem überhaupt nichts zu tun hast. Und dann kann der Udo tausendmal sagen, mit was sollten denn Gedanken, die einer denkt, mit wem sollten die denn sonst was tun, oder was ist das dann mal mit dem, der sich's denkt? Weil sonst wären sie doch nett. Diese Blindheit zu glauben, dass alles, was du denkst, die große Masse, wo du denkst, hast du ja nichts damit zu tun, wenn du an Politiker denkst. Aber kann etwas, ein Gedanke, den ich denke, anders sein, wie ich ihn denke, und ist der Gedanke auch dann da, wenn ich ihn nicht mehr denke? Wenn ich das so spreche, oder ich setze für das Wort Gedanke, das Wort Information, ist das vollkommen logisch, selbst wie der Materialist wird es einsehen, dass ein Gedanke, wenn ich den nicht denke, noch mehr existiert. Aber wenn ich jetzt statt das Wort Gedanke, meinetwegen irgendwie hier Politiker-Namen nenne, oder irgend, wenn ich jetzt die Ariane bin, und ich denke, wenn ich daheim bin, an Jahren, es ist nichts anderes, es sind Gedanken. Es sind einfach nur Gedanken. und da hat jeder seine eigenen. Und warum hat jeder seine eigenen Gedanken? Weil ich mir das jetzt denke. Aber die, die ihre eigenen Gedanken haben, die existieren noch gar nicht, wenn ich sie nicht denke. Und dann kommt irgendwann nochmal die Bahn in die hoch, dann bin ich ja ganz allein. So, und jetzt kommst du mir schon ein bisschen näher. Und das will ich nicht mehr sein. Und dann muss man sich halt etwas bewusst ausdenken. Das ist die Sache, denkt er sich einen Sohn? Ich habe das so oft zitiert. Und die Religionen, das Leid, bis zum heutigen Tag, die Scheinheiligkeit, wenn du mal wertfrei, jetzt nicht realisierend, dieses Leid, das eine katholische Kirche oder der muslimische Glauben, oder egal, was über die Menschheit gebracht hat, dass die Freiheit, die jetzt gefeiert wird, oder die Unfreiheit, dass jetzt, wenn du ganz wertfrei bist, das habe ich so oft gesagt wie in vielen Beispielen, diese freiheitliche Deutschland, das ist komplett, was die Regierung macht, das Nazi-Staat. Alles unter den Namen der Demokratie und Angst machen und Warnik. Du kannst es am besten am meisten, all das, es ist Deutschland, glaube ich, rang 17 zur Zeit, was Internet sind so anbelangt. Eine Demokratie, die verhindert, dass man gegen sie was sagt, ist keine Demokratie mehr. Wenn ich eine Führung bin und ich behaupte, ich bin noch demokratisch und das Volk wird irgendwann noch mal anfangen, was gegen meine Führung steht zu sagen. Demokratie funktionieren nicht. Ich habe das oft immer wieder gesagt, wird das noch mehr demokratisch. Und das war natürlich alles immer mit einer Masse, wenn du Meinungsumfragen, das ist so heiße Luft, wie du plapperst halt irgendwelche Zahlen machen und du glaubst sie nicht. Es geht immer um den Eigennutz des Individuums. Wie habe ich gestern so schön gesagt bei einigen, wir denken uns jetzt unsere Regierung, wir machen eine kleine Veränderung, wir bleiben in dem normalen Denken deiner Logik, wir machen eine kleine Veränderung, es gibt keine Pensionen mehr, sondern Beamte werden genauso abgerechnet wie jeder, der in die Rentenkasse einzahlt. In dem Moment, wo dieses Gesetz verändert wird, wirst du feststellen, dass ich ganz gewaltig die Rentengesetze verändere. Das ist die große Schwierigkeit. dieser Sonderstatus. Es ist immer die, die besten Vorbilder sind die negativen Vorbilder. Willst du euch darauf hinweisen? Und es geht nicht, dass ich irgendeine Figur in meinem Roman vorhöfe, dass sie so ist, wie ich sie vorhöfe. Die Schröder und Fischer wie ich dir sage, das ist alles hochfinanzt. Alle Politiker, die im Ruhestand reden, wenn du das einmal nachverfolgst, jetzt in deinen geistigen Archiven, wirst du feststellen, dass das sich durch eine Riesenbahn von Politikern zieht, die dann sich bargen in Firmen, ehemalige Verteidigungsminister, die dann hier im Vorstand von Graus Masai sind. Und wenn du das dann nochmal recherchierst, dass Graus Masai Milliarden von Aufträgen der Bundesrepublik gerichtet, wie der im Amt war. Das sind Fehler in Führerscheinbrüfungspunkten. Wie war das gestern, Dieter? Du musst irgendwann nochmal anfangen, nicht nochmal aufzuregen, sondern zu freuen, wenn du einen Fehler siehst. Dann hast du die Führerscheinbrüfungspunkte gekriegt. Das heißt, ein einfacher Blick in den Nachthimmel sagt bereits, das da oben ist ganz anders, als alle Science-Fiction-Geschichten uns erzählen wollen. Science-Fiction-Geschichten leben davon, dass immer irgendwas passiert. Also die Jungs und die Mädels fliegen von hier unten los und kaum sind sie irgendwo draußen im Weltall schon, treffen sie andere, kommen in irgendwelche Gefahrensituationen. Quatsch. Da draußen ist es total langweilig. Es ist überhaupt nichts los. Soll ich doch. das alles, was überhaupt ist, ist in mir drin. Es ist da aus, nichts. Ich gehe da noch ein ganzes, weil das ist schon entfernt. Das ist ja schon entfernt, alles, was ich mir ausdenke, was ich mir in einer gewissen Entfernung, die Sprache heilt sich in jedem Moment selber, wenn ich dich in Bewegung setze. Du wirst feststellen, mach den Kontext und es heilt sich immer selber, du wirst aus dem Punkt nicht rauskommen. Du kannst dich aus dem Punkt herausdenken, dich woanders hindenken, aber dieses woanders und der, der du dann zu sein glaubst, dieser ausgedachte Ich ist auch in dir drin. Er kann dort anders sein. Es gibt nichts, es gibt keinen anderen Ort wie hier und jetzt, wo irgendwas existieren könnte, weder in der Zukunft noch in der Vergangenheit noch irgendwo räumlich anders. Es ist trotzdem hier und jetzt. In einem ständigen Wechsel. Es gibt keinen öderen Platz als das Universum. Ich frage mich wirklich, weshalb ich Astronomie meine, da oben ist nichts. Wirklich überhaupt, also die Leere, die darf trotzdem... Er hat schon einen gewissen Unterhaltungswert, hat er schon. Es ist grauenhaft und sie wird immer größer, wie Sie im Laufe des heutigen Abend sehen werden. Gut, ich weiß, man hat immer wieder Parkplatzprobleme und die Aussage, das Universum würde expandieren, das stimmt nicht miteinander überein, aber glauben Sie es mir, das Universum expandiert tatsächlich, vor allen Dingen weit von uns entfernt. Es ist tatsächlich so, wir haben da draußen in einem Kubikzentimeter Universum gerade mal ein einziges Teilchen. Eins. Die mittlere Dichte des Universums ist sogar ein Teilchen pro Kubikmeter. Also es ist noch weniger als... Er redet jetzt wohlgemerkt von Teilchen. Jetzt müssen wir wieder die Größenfragen, jetzt erinnert euch, was ich euch über die 14 Millionen gesagt habe und die 1400 Millionen. 140.000 Millionen. Dass da zahlen werde, er rezidiert, es ist ein geistlos nachäffender Affe. Punkt. Bei eigener Definition. Ich glaube, wir können es uns sparen. Jetzt geht es dann total dahin. Es ist, hätte man, ich sage jetzt normal wieder als Metapher, hätte Professor Lesch 1500 etwas studiert, dann wäre genau der Professor der Pharisäer gewesen, wenn der Galilei kommt, der schreit, es ist eine Verschwörungstheorie, der kreuzigt ihn. Der muss wieder rufen. Und dein Wissen, das du zum Denken benutzt, ist nichts anderes. Das ist bloß ein anderes Wissen. Es ist nachgeäfft. Alles. Du hast noch keine eigene Meinung. Deine Meinung ist eine Anderung. Es ist dein Schwamminhalt. Denk an mein schönes Beispiel wieder mit dem Baby, dass man jetzt innerhalb dieser Metapherenwelten woanders aufwachsen wird. Das, was du jetzt hörst, das ist deine Meinung, weil ich nämlich du bin. Das heißt, ich bin der, der sich jetzt das alles ausdeckt. So, gut. Der ist überhaupt nichts. Also, gar nichts. Aber es ist 100%ig im Geheim. Und jetzt sind viele Physiker und Bewusstseinsforscher, die das Bewusstsein erforschen, das im Geheim drin ist. Wo sitzt eigentlich das Bewusstsein? Und jetzt kommen wir wieder die einfachen Sätze vom Udo. Und ich sage, zuerst einmal, dein Glaube schreibt dir vor, alles was du siehst, alles was du spürst, muss in deinem Gehirn sich befinden. Selbst wenn ich dir jetzt mit dem Hammer auf den Fuß haue, der Fuß spürt es nicht, da geht eine Signalleitung hoch und dann spürst du es, rein medizinisch, am Fuß ist nichts drin, wo man was spürt. Zeig mir mal ein Medizinbuch, wo behauptet wird, da ist irgendwas, was das auslöst. Da ist nur der Klingelkopf. Aber die Klingel ist im Kopf. Wenn ich jetzt, da müsste die Klingel im Fuß und seine Klingel im Fuß, wenn ich sage, ach, der Schmerz da unten ist das Geräusch. Da ist nur der Knopf ist da, aber Klingel tut es im Kopf, au, 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 der Fuß tut mir so weh. Dein Gehirn gaukelt dir vor, dass du ein Fuß hast, sagt man, Fadomschmerz. Und dann ist immer wieder, ja, was ist da? Aber ich sage, die Frage, dass sich einer die Frage stellt, existiert eigentlich das Gehirn, wenn ich nicht dran denke? Habe ich das schon mal gesehen? Aber ist das Gehirn genauso eine Fantasievorstellung wie Atom und Elektronen und Wassermoleküle? Das sind doch alles Fantasievorstellungen. Das heliozentrische Weltbe zeigt es mir. Es hat noch nie einer gesehen. Es ist ein logisches Konstrukt. Von der DNA will ich jetzt gar nicht reden. Es sind geistlos nachgeäffte Vorstellungen, die nur sich einer vorstellen kann, dem ich das erzählt habe. Das gilt übrigens auch für die, die das angeblich entdeckt haben, die Wassermoleküle und so weiter. Oder die elektromagnetische Strahlung. Und dann kann er dir jetzt Vorlesungen von dem Lash, in dem, wenn du weitergehst, wo er dann immer sagt, ein ganz interessantes Phänomen, wir Physiker, dass da irgendwelche Physiker anhand von Berechnungen irgendwas postulieren, wie das sein könnte, was dann Jahre später angeblich im Versuchen entdeckt wird. Ob das ein Sixthalchen ist oder die elektromagnetische Strahlung oder, 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 oder. Zuerst ist die Formel da, die Berechnung. Jetzt habe ich schon wieder Vorher und Nachher. Jetzt müssen wir das gleich die Zeit machen, wenn du in den Spiegel lächelst, lächelt der Spiegelbild. Da gibt es eine Hierarchie, die hat aber nichts zu tun mit Vorher und Nachher, sondern mit Subjekt und Objekt. Und jetzt muss ich bloß wissen, dass These und Antithese, Subjekt und Objekt, beides, dieses Bärchen, beides Objekte sind für den, der sich dessen bewusst macht. Dass ein ausgedachtes Subjekt oder ein ausgedachter Gott gar kein Gott sein kann. Das sind Geschöpfe. Wie ich auf der Heilige Geist platz da auf bin, Gott Vater, Gott Sohn und die zwei sind, hast du mal schon zwei ausgedachte Dinge. Und ausgedacht haben wir uns geeinigt, setzen wir jetzt erst einmal Minus. Und diese zwei Minus geben dann das Plus den Heiligen Geist, aber nur in der Kombination. Einen JCH gibt es nicht ohne einen OB und einen OB gibt es nicht ohne einen JCH. Und wenn die zwei eins waren, jetzt kommt die Triadelehre vor Hegel, AGL, die Welle, dann wirst du feststellen, dass der JCH dann zwachsläufig in Verbindung dieses Ich-UB. Ist dann wieder eins, die brauchen jetzt ein rotes Ich, der braucht aber ein blaues Ich. Und jetzt schaukelt sich das in der Triadelehre hoch, die keiner verstanden hat. Ursache ist raumseitliches Denken. Immer wieder, es ist vorher schon was gewesen. Der Lesch, die Größe, die Vorher und das Nachher. Und es ist so leicht, so leicht, hundertprozentig sicher zu überprüfen, wenn ich was denke, denke ich es jetzt. Du kannst in einer Stunde kein Glas Wasser erzählen. Es ist jetzt interessant, wenn du das einem Materialisten erzählst, kann er dir nicht einmal sagen, dass das nicht stimmt. Du kannst es jetzt denken, aber nur jetzt realisiert rinchen. Es wird ihn aber nicht daran hindert, das trotzdem als Blödsinn anzusehen, weil das ist geschwätzvermassen. Man sieht sich da konsequent, in dieser Unachtsamkeit nicht bewusst. Darum wiederholen wir immer die Kindergartensachen. Es ist nötig, es geht nicht anders. Das ist nicht diskutierbar, was hundertprozentig sicher ist, ist hundertprozentig sicher. Aber der Zweite halt. Und dann kommt auch, wie du sagst, Dieter, bei dir, ja, ich weiß es ja, dass ich die Zeichen nicht lernen muss, aber irgendwie ist was in mir drin, das rät mir trotzdem ein. Und ich kann dann immer sagen, lernen tust du, wenn dich als Kind ganz tief was interessiert, egal was dich interessiert, kümmer dich um das, was dein tiefstes Anliegen ist und doch das Spazierengehen ist, egal was es ist, Angeln ist, mach, konzentriere dich darauf, weil dann lernst du. Und solange deine Logik kaufmannsdinge, ich brauche das ja um, was auch immer, mich weiterzuentwickeln oder Blödsinn. Also keiner macht es dem Menschen leichter wie Gott, wenn man diese Gesetze weiß. Die Probleme macht sich der Mensch selber, weil er keine eigene Meinung hat, weil er lieber irgendwelche Autoritäten nachblabbern, die sich sie und sein Läschhäut immer mehr als geistlose Nachäffer deklassieren. Und der Udo sagt auch immer, du musst. Ich sage, du musst. Du musst auf die göttlichen Gebote achten. Du musst, dreh dich zu dem Geist. Du musst zuerst einmal das sein, was du zurzeit bist. Als träumender Geist, ausgedachterweise symbolisch, musst du letztendlich das träumen, was du träumen musst. Und da hat jeder sein Böttelchen zu tragen. Und jegliche Form von Ausbruch in der Richtung Traum, wenn Menschen träumen, Andrea Traum, dein Traum. Der schlechte auch Hagen ohne Ende. Das ist, weil das verwandelt sich halt alles. Es gibt nichts Trügerisches, wie sich festzumachen, festzumachen an einer Jetzt-Vorstellung von irgendwas. Du musst dich anpassen. Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Es liegt, das Auge des Betrachters ist der Filter des Wertesystems, mit dem du schaust. Aber wie sieht die Welt aus, wenn kein Filter mehr da ist? Dass du das siehst, was ist, und nicht nur deine Interpretationen. Dass du die Tasse siehst und nicht nur irgendeine Perspektive. Dass du plötzlich eine Stadt sehen kannst und nicht bloß eine Häuserfassade, eine Wand von irgendeinem Haus in einer Stadt. Das ist Chatting. Das ist so mein kleines Beispiel mit der Küche. Muss ich nicht, habt ihr tausendmal gehört. Es ist ja bei einer Stadt noch viel komplexer. Ich habe das doch mit Überlingen einmal gesagt. Überlingen ist ja Wort. Ich kann jetzt aus dem Wort unter anderem kann ich eine Stadt machen. Ich muss ja nicht unbedingt die Stadt rausmachen, wenn ich das auffächer. Und Überlingen ist ein Chat. Hast du schon mal Überlingen gesehen? Aber der Witz, dass ich jetzt immer sage, in dem Ordner ist alles, was in Überlingen ist, jede Schublade, die du in irgendeiner Wohnung rausziehst, ist das da mal in dem Überordner Überlingen drin. Die Bilder, wenn du durch die Straßen gehst, diese Bilder kann ich nicht machen. Ist in den Ordner drin, aber es geht ja noch weiter. Dass Überlingen und da wir ja keine Zeit haben, denke ich mir jetzt in dem großen Spiel, schaue ich mir die Straße jetzt an oder schaue ich mir jetzt eine Seite, die 100 Seiten weiter vorne ist, dieselbe Straße, dasselbe Haus aus, das vor 100 Jahren die Stelle war. Oder ich laufe an ein Haus und dann schaue ich und da habe ich vor 35 Jahren oder das ist ja noch länger her, habe ich ja noch gelernt hier, 45 Jahre, 50 Jahre habe ich am Fernseher repariert. Da weiß ich sogar noch, was für ein Bautor ich ausgetauscht, weil ich mich so gefreut habe, weil ich einen Fehlerkreis gefunden habe. Das ist plötzlich alles, es geht nichts verloren. Das heißt, das Thema, wo wir hatten, dass, wenn das abgehockt ist, ist die Datei durch Schau, du kannst das reaktivieren, wenn du lange genug suchst, bloß bei vielen Sachen, die sind dann wirklich abgehockt, wo du gar nicht mehr zum Suchen anfängst. Ich bin überzeugt, dass der Klaus mit Sicherheit an dem Morgen, wo es seine Strümpfchen angezogen hat, wo er das erste Mal in die Schule gegangen ist, dass du in dem Moment, das denken wir uns jetzt, dass der kleine Klaus in dem Moment mit Sicherheit wusste, welche Farbe die Strümpfe und die Hose hat. Weißt du es jetzt noch? Und da ist jetzt ein Zustand, dass du sagst, das habe ich mit Sicherheit damals gewusst, wenn du normal denkst, aber du wirst gar nicht mehr versuchen, dass dir das einfällt, weil du weißt, das wird mir hundertprozentig sicher noch mal einfallen. Aber du bist immer noch in dem Wahn, dass du meinst, das war irgendwas in der Vergangenheit. Es war in dem Buch, das du jetzt auf der Hand hältst, wo es immer noch da ist, auf einer Seite, wo du gar nicht mehr zurückblättern wirst. Das Thema bin ich in Almener ja mal angegangen, wenn du die ganzen Almener-Vorträge anhörst, überlegen kannst du Nationshypnose. Die funktionieren übrigens und funktionieren nicht. Habe ich ja mit der Marion auch schon gemacht. Gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Können wir übrigens mal, wenn ihr euch langweilt, können wir, wenn wieder früh, ich habe es schon eigentlich nicht mehr gemacht, das Hypnotisieren ist kein Problem, können wir, wenn wir die hypnotisieren. Es ist spaßig, aber jetzt Re-Hypnose, Reinkarnationshypnosen, Therapie, all das ganze Zeug, Kinesiologie, es ist alles Selbstverarschung, wenn du es mit dieser Präzision, mit Holophilien genauer betrachtest und jetzt was wirklich da ist. Aber was bringt es eigentlich? Und ich mache immer das Beispiel, die Stimmen oft und die Stimmen nicht. Aber was jetzt wichtig ist, du kannst davon nichts lernen, weil das, was du gelernt hast, die Erfahrung, die du mitgenommen hast, was du wirklich gelernt hast, ist ja gelernt, das ist abgehakt. Das lernst du nicht, wenn du dich zurückversetzt. Und ich mache dann das Beispiel, was kannst du eigentlich lernen, wir gehen nochmal gar nicht so weit, was du in die Vergangenheit zurückversetzt. Ob ich jetzt Vergangenheit, Vergangenheit nenne, oder sogar über die Stufe in frühere Leben reingehen, die abgeschlossen sind, weil sie gelernt sind, ist ungefähr so, wie wenn ich dich jetzt zurückversetze in die Situation, ich sage einmal, 24 Stunden nach dem Abnordeln. Meinst du, du kannst von dem irgendwas lernen, wenn du den Zustand jetzt wieder wachrufst in dir? Du lernst von der Vergangenheit erst, die Vergangenheit ist gelernt, wenn sie abgeschlossen ist. Dass ich jetzt zum Beispiel sage, meine Vergangenheit mit der Erdscheibe, wenn du in dem Wechsel bist. Du musst in der Lage sein, wenn du eine neue Zukunft willst, die Vergangenheit zu ändern. Und da wird jeder sagen, so ein Blödsinn kann doch die Vergangenheit nicht verändern. Ich sage, wir müssen uns erst einmal klar machen, was Vergangenheit jetzt ist. Vergangenheit ist jetzt ein Gedanke, den du denkst aufgrund von Wissen. Jetzt kann man nochmal sagen, rede ich von einer Vergangenheit, die du bewusst als Person erlebt hast. Natürlich hast du das jetzt erlebt, wenn du auf der Seite warst. Oder ist es nur eine Vergangenheit, die du vom Hirn sagen kannst? Die du geistlos verwirklicht, weil man es dir erzählt hat und du das nicht in Frage stellst. Okay, und jetzt mache ich immer, das habe ich euch so oft gesagt, das ist extrem wichtig für eure Zukunft, dass in dem Moment, und jetzt kommen wir in den Punkt, wo der Galilä kommt, bis zu dem Zeitpunkt haben alle Menschen geglaubt, sie leben auf einer Scheibe, auf einer Erde, die schon immer eine Scheibe war, sogar bevor sie schon geboren war, war die Welt schon eine Scheibe. Und in dem Moment, wo ich jetzt die Vergangenheit verändere, durch ein Wissen, dass ich erkenne, hey, das ist ja gar keine Scheibe, das ist eine Kugel, das ich jetzt nicht weiß, auch nur höher, in dem Moment verändere ich doch die Vergangenheit. Weil dann war ja die Welt nie eine Scheibe, dann war ja die schon immer eine Kugel. Was passiert jetzt, wenn du plötzlich sagst, hey, ich bin ja gar kein Gedanke von mir, ich bin ja der, der sich das ausdenkt. Dann war ich ja schon immer der, immer der, der sich alles ausdenkt. Das ist ein elementarer Schritt. Sehr simpel, ne? Ich sag, wenn man die Gedanke mitgeht, gibt es ja nichts, wo sich was streiten kann. Die, die sich sagen, dass es ja blöd sind, sind immer wieder nur Leute, die ich vom Hören sagen kann. Von Figuren, die sagen der und der, mein Mann und die sagen. Und ich sag dann, wenn ich jetzt, das ist wie mit der Veränderung, wo man gehabt hat, ob es heute oder egal, wer was ist, mein Professor Rainer Beispiel, dass wenn du jetzt einen kennenlernst und du kennst ihn bloß in Verbindung mit dem Udo, sind die in der Regel ganz anders, wie wenn du die alleine hast. Ob das der Holger ist oder egal was, das gilt für alle. Das ist, weil die Spiegelung hat nichts mit der Figur, mit dem anderen zu tun, sondern mit dir selber. Ist es nicht ein Spiegelbild, was ich dir jetzt sage, bist du nicht selber, wenn der Udo nicht dabei ist, ganz anders in deinem ganzen Denken und Tun? Sehr lieb. Holofilling hat das erste Problem, du watsch dich mit Holofilling, sagst du mal selber wachen und zwar so lange, bis du wach warst. Muss man auf sich wölken lassen. Du watsch dich mit, ich rede ja nur mit dem Geist, der glaubt wie irgendwer. Du watsch, ja. Und dann lernen wir irgendwann nochmal über die eigene Dummheit zu lachen. Das ist der Heilungsprozess. Dann gehst du in die Heilungsphase. Das macht die Weisheit aus. Habe ich nicht in einem innener schon gesagt, wenn du den Udo länger zuhörst, jetzt zitiere ich mal den Professor Rainer, dann kriegst du sehr schnell mit, was einfach nur geistlos nachgeplappertes, philosophisches Geschwätz und eine absolut vorgelebte Weisheit ist. Das Wissen immer am Rande, wo dann ist, sag ich, ist sekundär, wenn ich immer sage, ich lasse jedem, den du mir bringst, die Luft raus. Mach alles, aber lass dich mit dem Udo nicht auf ein intellektuelles Gespräch ein, du wirst verlieren. Jeder, der es versucht hat, hat klein beigegeben oder geh dann, bring die Sicherung durch, weil das Recht haben dann irgendwann das nicht ertragen kann, dass da einer ist, der einen Spiegel für deine eigene Erbärmlichkeit darstellt. Obwohl du eigentlich hier ein Gott bist, ein Schöpfer. jeden Gedanken schöpfst du aus dir heraus. Aber wo schöpfst du das hin? Aus dem absoluten Innen in dein Inneres. Und dann kannst du dir es noch ausdenken. Wieder ein simpler Satz, die Fähigkeit an den Gedanken, den du jetzt denkst, ganz bewusst um dich rum in Raum und Zeit gedanklich zu verstreuen. Mach dich zu dem Gott für das Zeug, das du dir ausdenkst. Aber es existiert immer bloß das, was du jetzt denkst, hier und jetzt in deinen Kopf und rein illusioniert dort, wo du dir es hindenkst. Jetzt können wir sagen, jetzt kannst du den Mars denken und den Mond und die ganzen Sterne und ich sage, zeig es mir. Wo waren die jetzt, bevor dich die Worte ausgesprochen sind und wo sind sie, wenn du da jetzt nach oben schaust? Inwieweit kann ich nach oben schauen, wenn ich eine Vorabrede aufhabe? Dann lasst euch manchmal überraschen, wenn der Nerd kommt mit seiner Vorabrede. Ich kann es jedem nur anraten, wenn er die noch nicht aufkriegt hat, dass das aufsetzt. Bruntal beeindruckender noch von der Bildqualität her. Und dann sind dann, ich habe mal einen Satz im Leinfeld, ich habe gesagt, hast du die Brille aufgehabt? Ja. Hast du die Semmel angeschaut? Vier, fünf Mann am Tisch. Boah, die Semmel! Die Semmel! Brötchen! Dann haben die fünf Minuten mich an der Semmel. Ihr müsst, wenn der Nerd da ist, ihr müsst die Semmel anschauen. Wieso? Weil da liegt der Semmel am Boden, dann buckst du dich und du hebst die Semmel auf und ich garantiere dir, wenn ich jetzt eine Semmel dir in die Hand gebe und du magst es auch so, hast du in dem Abstand eine materialisierte Semmel vor den Augen. Boah! Die Semmel, nur eine Semmel. Ich sage, dass wir so eine Freude haben kann mit einer Semmel, die gar nicht da ist. Zumindest nicht da außen. Ja, es ist echt und das Zeichen, was technisch geht und jetzt können wir wieder, wenn man das anschaut, müssen wir dann wieder den Lash machen, der hat ja auch ein Video über VR und dann hören wir uns den Lash an, wo er absichtlich, aber man geht halt in eine Realität, in diesen Cyberspace, weil man, man wird unrealistisch. Es ist ganz gefährlich, so beeindruckend das technisch ist, dass viele hier praktisch in eine Irrealität abkleiden, in der sie sich eigentlich gar nicht abkleiden, weil sie drin sind. Das ist immer alles gespiegelt. Materialismus dreht alles auf den Kopf. Und die ganze Entwicklung der Schriften, der Heiligen Schriften ist schon in der Bibliothek da gewesen. Wenn ich jetzt sage, jetzt machen wir Lover-Schriften mit den Gehirnrauben, werde ich dir zeigen, dass dort alles Vorbereitungsweg war, um dich da hinzuführen. Und dann kann man Sprung machen in eine komplett andere Ebene. Der automatisch kommt, so wie nach der Raube, wenn die Laube ja Rauben da sind, eigentlich überlebt, weil viele Rauben werden ja auch gefressen. Und das ist mein Kastanienbeispiel, diese Kastanien fallen von Kastanienbäumen runter und diese sind neue Bäume. Samen ist Überfluss, die Pollen, wie mit die Polen. Du kennst das mit die Polen, oder? Kannst du dich erinnern? Das haben sie jetzt in Münster, ihr seid doch von Münster, oder? Da sind Autos geklaut von der Hafen. Eine Riesen, in Münster wurden sehr viele Autos geklaut und die Polizei hat diese Autoschieberbande, hat die entdeckt, das waren Binguine. Das ist jetzt kein Witz, wir nennen sie Südpolen. Lern das Lachen. Der Rest passiert. Das Problem ist, man mischt sich zu viel ein. Das, was ich einmische, das ist der Zweite. Mit dem Wollen. Und jetzt kann ich immer wieder die ersten 50 Seiten, habt ihr so oft gehört, von ich bin doch schon. Da ist ein Ich, der sagt, ich kann doch nicht, ich darf doch nicht, ich muss doch. Das verstehe ich nicht. Ich, 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 ich. Das ist das blaue Ich. Das ist der, der dich diktiert. Und das ist dann immer gerade, dass die größten Maulaufricht sind. Die merken können, dass sie keine eigene Meinung nicht haben. die, die am meisten meinen, glauben, jetzt in der Beobachtung, die hingucken, dass sie eine eigene Meinung hätten und die massiv ihre Meinung verdrehen, die ja hundertprozentig sicher ist, das ist doch bewiesen, dass, das ist geistlos noch geäfft. Und umso mehr du eine ureigenste Meinung kriegst, wirst du dich immer mehr von solchen Einseitigkeiten distanzieren. Da gibt es keine Rechthauberei mehr, sondern bloß das absolute Verstehen, dass jeder Recht hat, egal was er behauptet. Und ich kann es nur wieder vergleichen mit meinem momentanen Intellekt, ob ich das nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen kann. Und richtig interessant und wichtig sind die Seiten, die du nicht nachvollziehst, auf die solltest du neugierig sein und nicht bekämpfen. Weil du genau das bekämpfst und versuchst zu vernichten, was du für deine eigene Heiligung brauchst, nämlich das, was dir fällt zum heiligen Ganzen. Das, was dir jetzt richtig erscheint, hast du ja schon, die Basselstückchen. Aber zur Vervollkommnung brauchst du genau das, was du versuchst loszukriegen. Wobei sich das, du würdest es loskriegen in dem Moment, wo du es haben willst, in dem Moment, wo ich die Dreiecke zum Kreis haben will. Lösen sie sich nämlich auch auf, aber dann kriege ich einen Kegel dafür. Wenn ich die aber bloß wegmache und weil ich nur den Kreis haben will, werde ich den Kegel nie zu Gesicht bekommen und kriege die Dreiecke trotzdem immer wieder vorgesetzt. Weil die wollen ja angelegt werden, die wollen ja geheiligt werden. Das ist geliebt werden. Lieben ist eins, werden wollen die rote Lied. Und so hat jedes Tierchen sein Visierchen. Immer dieselben Geschichten leicht variiert. Aber die haben alle mit einem und demselben Geist zu tun. Mit dem, der es sich ausdenkt. Das Problem. Das sind alles Probleme. Jeder Gedanke ist ein Problem. Ist für dich das Wort Problem negativ? Was machst du aus dem Wort Problem? Was für eine Vorstellung erzeugt dir das Wort Problem? Passt du, Holger, wir gehen zum, das habe ich schon mal gesagt, wir gehen zum Parkhaus. Man soll sich dort an der Schule um die Uhr, man schaut auf die Uhr, weil was soll das jetzt? Freisichtlich. So schau, die ist jetzt dein Problem. Wieso ist die mein Problem? Das ist vorgelegt in dem Moment, wo du ihn schaffst. Es wird neutral. Aber wenn das noch nicht installiert ist, dann kriege ich das. Warum muss jetzt das schon wieder sein? Da antwortet sich alles von selbst. Also nehme dein Kreuz auf dich. So still. Alles tief beeindruckt. Vor was? Von deinem eigenen Geschwätz. Es ist wirklich, es geht nur um, es geht nur um das, und dann ist diese Sackgasse, die hinsetzen und sich in die Stille meditieren und alles ist, alles ist überall ein bisschen Wort mit dabei. Aber die Stille bist du doch schon. Und das um dich herum ist der Lahn. Und das kannst du nicht abstellen. Weil das würde heißen, du wirst versuchen, dein Denken abzustellen. Ein Ding, die Unmöglichkeit. Das hat jetzt begonnen und es wird jetzt ewig da sein. Das Denken. Und dann versucht es wieder an materialistischen Logik zu erklären. Ich sage, ja, aber wenn ich doch dann fünf Stunden schlafe, ohne zu träumen, dann denke ich doch fünf Stunden nicht. Ich sage, du denkst jetzt in der Vergangenheit, in der nie was war. Und während du dir das denkst, was du dann fünf Stunden nicht denkst, denkst du jetzt. Und die angeblich fünf Stunden, die du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, es war in der Vergangenheit überhaupt nichts. Also auch nicht ein Zeitraum des Nicht-Denkens. Es ist übrigens auch wieder das Prinzip, um etwas zu verneinen, was ja auch, da habe ich nicht gedacht, ist eine Verneinung, musst du denken. Das Denken, wo du angeblich, was angeblich nicht da war. Und dann ist doch da. Das sind die zwei Seiten wieder. Reminion. Das Nichts und das Allers. Und da merkst du ganz schnell, wenn du neugierig, da geht die Elementaraussagen, da nützt die Intellekt gar nichts, sondern da ist es besser, wenn die nicht wertet, wie die Kinder, die noch nicht so zugemauert sind mit Dogmen. Das sind dann die Kinder, die sich hinstellen, die Augen zumachen und sagen, jetzt ist die Nadja weg. Wobei mit Holophilien ich natürlich, weil wir reden ja noch und die noch da ist, aber das ist dem ja voll der Ernst, jetzt ist das Haus weg. Das Kind sieht mehr wie einer, der dann weiß, es ist ja trotzdem da. Und wenn du dann ganz viel weißt, weißt du, dass wir jetzt auch mal schlechter sind, obwohl die keine Doss sind. Und dann, weil du dies erklären kannst, wieso die sind, obwohl du sie nicht siehst. Stochastisches Denken. Einfach nur schauen, dir dein Wollen bewusst machen, will ich jetzt was glauben, will ich was haben oder will ich es los haben. Und wenn du Energie einsetzt, dann wird sich das verwirklichen, was natürlich problematisch ist, weil ich jetzt wieder nur von zwei Seiten rede und das müssen wir jetzt wieder ausgleichen mit vier Seiten. Ich will mein Denken loshaben, ich will ein anderes Denken haben. Das geht nur mit Gleichwertigkeit. Das ist Gleichwertigkeit. Ich will und ich will nicht, muss für dich komplett gleichwertig sein. Und dann löst es sich auf. Also wenn dir Welt, Frankreich, egal was, vollkommen gleichwertig wird, weil es dir wurscht ist, was ist um dich herum, dann kommt Veränderung. Aber man muss dann doch irgendwas tun. Und als Mensch bist du immer in ein Dilemma. Ich gehe mal wieder in die ganz alte Almener Trickkiste hier. Ich mache da zwei Beispiele. Ihr habt da zigfach gehört, aber das ist, jeden Tag werdet ihr zigfach, normal gesprochen, mit solchen Problemen konfrontiert, und dann fällt es nicht auf, weil ihr nicht diesen absoluten Beobachter laufend eingeschaltet habt. Das war einmal die Sache hier mit meinem Rainer, der da sitzt, beim Professor Rainer. Und so, Rainer, hast du Kopfschmerzen? Und dann sagt er, wie Sau. Und dann sagt er, warum nimmst du keine Tabletten? Und er sagt, ich nehme keine Tabletten. Das ist das eine Beispiel. Jetzt mache ich ein ganz anderes Beispiel. Ellingen, Marion, sie steht vor den Spiegel vor 15 Jahren und sieht das erste kleine graue Haar. Und sie ist nicht damit einverstanden. Und ich sage, Spatz, wie soll ich einem erklären, dass man mit allen einverstanden sein muss, einem Menschen, der mich ein oder zweimal hört, wenn nicht einmal du, wo du das laufend hörst, schon welcher an grauen Haar ausrastest. Ich sage immer, das ist eine fiktive Geschichte, das war nie so. Aber das Problem ist jetzt bei beiden Beispielen dasselbe. Der Rainer sagt hier, ich habe Kopfschmerzen, ich sage, warum nimmst du keinen Kopfschmerz oder schmeißt du doch Aspirin rein? Ich nehme keine Tabletten. Ich sage, was ist jetzt der Unterschied, ob du mit dem Kopfschmerz nicht einverstanden bist oder mit der Einnahme einer Tablette nicht einverstanden bist? Das eine löst das eine Problem und das andere löst das Problem. Es ist ein Dilemma, nennen wir das in der Philosophie. Bei der Marion-Beispiel sage ich, Marion, ich rede jetzt vom Udo-Problem, das ja fiktiv ist, Marion ist mit einem grauen Haar nicht einverstanden und ich sage zu Marion, Mensch, wie soll das irgendeiner verstehen mit einem Einverstanden sein, wenn das nicht einmal du verstehst, obwohl du mit mir zusammen bist? Wenn ich so reagiert hätte, würde mir ja nicht auffallen, dann wäre ich ja nicht mit der Marion Einverstanden, die mit einem grauen Haar nicht einverstanden ist. Ich habe immer nur mein eigenes Spiegelbild vor Ort. Und das Dilemma löst sich auch nicht durch ein Trilemma. Die Begriffe gibt es übrigens in der Philosophie. dass du, solange du einseitig bist, dieses Denken, dass immer eine Seite fällt, wo wir gerade ganz kurz angesprochen haben, kommst, du hamperst von einem Bein auf den anderen, das ist die Jakob-Geschichte. Das ist all diese psychologischen Phänomene der normalen Menschheitsgeschichte, die sind in diesem Märchen in der Tora, in dem Denach eingepackt. Der kämpft ja mit einem Engel und dann wird er verletzt und dann wird er hinten. Er wird dann zu Israel. Jakob wird zu Israel. Dann kriegt er den Namen in Israel. Und das ist jetzt hier dieser Scheitern, der hint. Jetzt kommst du in die Chronologie. Das ist die Welt, ab dem Moment beginnt die Welt eigentlich der Chronologie, wenn du das jetzt als Aufbau eines Programms findest, was nichts Negatives ist. Weil solange du das immer bloß siehst, ich sage, das ist ja auch, wenn ich das als Symbol mache, ist eigentlich, Arigmetik ist es nur. Ich denke an das, was ich gerade mit dem Druck gemacht habe. Dass die Hebegesetze, diese Filme, die Physik, die genausten Religionen sind die Physikbücher. Aber die werden halt auch verkehrt erklärt. Mit dem Pendel, mit den Seiten, die Perspektiven. All das, was ich euch erkläre, kann ich ja nur innerhalb eurer Basic-Logik erklären. Da wart ihr gerade, habt ihr eigentlich nicht zugehört. Dass ich zuerst einmal, es gibt da außen keine dreidimensionale Welt, ist eine Vorstellungswelt. Wenn ich euch jetzt Kinofilme anschauen, wir gehen jetzt meinetwegen zur Jakob-Video, wir holen uns einen 3D-Computer-Film, gibt es ja etliche computeranimierte Disney-Filme in 3D, da musst du wissen, dass alles, was du siehst, ist nur am Rechner gemacht. Das heißt, das sind Zahlenstrukturen. Und das geht mittlerweile bis in einen fotorealistischen Bereich rein. Und jeder sagt, wenn du jetzt in die Läden gehst und du siehst diese Ultra-K8-Bilder, wo sie die Farben total überdominant sind, was mit echt nichts zu tun hat, das ist nur imposant. Vor allem dann diese Filme, wo sie laufen, da kriegst du Augenkrebs von den Farben her. Wenn du in den Laden reingehst, die strahlen ja, das sind ja, wenn die was Rotes anhaben, das sind ja wie rote Lampen. Das sieht einfach echt aus. Und das muss man sich zuerst bewusst machen. Das Problem war ja bei meinen Sternen lange selbe. Mal das 3D lassen wir weg, sondern schon die Farben, das ich euch immer erzählt habe, das ungefähr, wenn wir jetzt, man muss das sehen, wenn wir jetzt in den Laden Fernseher anschauen, diese Super, man läuft ja mal durch. Würde ich da einen echt eingestellten Fernseher hinstellen, dann wird jeder zu sagen, der hat eine scheiße Farben. Weil du den Eyecatcher, bis ich dann drauf hinweist, schau mal, das ist echt. Und wenn du einmal die Echtheit begreifst, dann kriegst du den Augenkrebs bei den anderen. Weil du, man fällt auf die grellgeschminkte, bei die grellfarben und Töne, klangfarben, ist das gleiche Spiel beim Verarschen, beim Verkaufen. Es ist eigentlich nur schlechter geworden, dass man es besser verkaufen kann. Spektakulärer. Das macht auch auf Dauer nicht satt. Ich habe im Laden bei mir immer gesagt, die Fähigkeit, Natürliches von Unnatürlichem zu unterscheiden, ist eine Wahrnehmungsfähigkeit hat nichts mit Geschmack zu tun. Wenn wir über Geschmack reden, das ist subjektiv, aber es gibt bloß eine Natürlichkeit und überhaupt die Fähigkeit, das Natürliche als Natürlich zu erkennen, hat der normale Mensch total verloren. Das einfach gesunde Denken ist das, was ich dir erzähle, dass ein Gedanke nur dann da ist, wenn ich ihn denke. Das ist die große Lehre eigentlich der ganzen Religionen. Selbst die Religionen sind nur in Sargassan reingelaufen. Aber auch wieder ist nichts verkehrt gelaufen, das sind Spezialisierungen. Jeder hat den Fokus auf irgendwas Bestimmtes. Aber jeder ist dann so verbretert, dass diese falsch gelehrte Religion, und das zählt für ein bisschen zur Naturwissenschaft, ist ja auch ein Glaubenssystem, dass das so unendlich Leid über die Menschen gebracht hat. die gar als Ding an sich gar nicht leiden können. Und die dann festhalten, das ist, da fragst dich dann wirklich. Da kann ich jetzt ob Geld oder die Scheinheiligkeiten, die hier dargestellt werden, und wenn du dahinter schaust, dann schmunzelst du, mir fällt jetzt spontan der Ratzinger ein, ich meine nicht den Babst, den Ex-Babst, sondern den Bruder, wie der jetzt gestorben ist, dem Ratzi, sein Bruder, wann er die Zeitungen folgen. Wenn ihr wüsstet, wenn du jetzt nach willst, diese Prozesse, der war ja über viele Jahre war der Chef der Regensburger Domspatzen. Was der Prozesse hat, nicht wegen Kindervergewaltigung, sondern schlichtweg und einfach welcher Kinderquellen, diese Psychosen er aufgebaut hat, die er mit Zucht, mit Zucht, die bei die Regensburger Domspatzen, das muss eigentlich ohne ein Durant gewesen sein, ohne Ende, ohne ein Choleriker, hier mit Gewalt, die er zu Hochleistung getrieben hat, er hat jetzt nicht, den werft mir nicht vor, dass er welche sexuell bedingt hat, was bei für eine Stockstrafe hat er die Zuchtleistung gebracht. Da wird kein Wort, dass da Prozesse gelaufen sind, dass der so diesbezüglich im wahrsten Sinne Dreck am Stecken ist die Ecken, die er hat. Kein Wort, nur doll und doll und klasse diese Scheinheiligkeit dieser Darstellung und ein absolut brutaler Dirant. Machtmenschen. Das ist immer wieder dasselbe, Macht haben wollen. Politik, ich sage immer wieder, wenn du an Amese ein Geist einigermaßen geistigen Charakter das kannst du gar nicht in die Politik. Und was die Charaktere sind, das siehst du in Einladen. Das ist immer wieder, wenn ich jetzt, das ist taub, der normale Mensch ist taub und das werde ich erst mitkriegen in dem Augenblick, wo ich begreife, die Menschen, die ich mir ausdenke, von denen darfst du nichts mehr erwarten. Immer dran denke, ich erzähle es jetzt nur einem einzigen. Erwarte nichts von den Figuren in deinem Traum, es geht um den, der träumt. Auf dieser unteren Ebene gelten diese klassischen Gebote, das was du an den anderen tust, tust du dir selbe im Positiven und im Negativen. Aber es geht nicht ums Positive oder Negative tun, sondern dass du der Mittelpunkt, was das dem alles entspringt. Und du hast jetzt ein Programm und das lässt du einfach laufen. Wenn es dir dann noch ist, dann mach das. Das ist jetzt wieder hier mit Lernen, Lernen tust du, wenn du das, was im tiefsten Inneren, wo du sagst, das ist, hier bin ich, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich würde jetzt auch lieber Fahrrad fahren mit dem Holger hier so vor mich hin und nachher nicht zu quatschen, Sachen, die ich euch schon tausendmal erzählt habe. Wenn ich jetzt so reden tue, mir ist in dem Moment absolut bewusst, dass ich jetzt nicht zu denen rede, die ich mir ausdenke, sondern zu denen, der mir jetzt zuhört. Und das ist mit Sicherheit nicht irgendeiner von denen, die ich mir ausdenke. Alle nur auf der Fahrbrille. Jetzt seid ihr weg. Jetzt seid ihr wieder da. Und ich weiß, dass da nichts von außen kommt, sondern ich euch jetzt erschaffe, euch. Jetzt rede ich wieder zu welchen, die mich sowieso nicht hören. Jetzt wird jeder von euch sich denken, aber ich höre ihn doch. Ja, der, der mich hört, ist aber nicht der, der du zu sein glaubst. Du merkst jetzt, wenn man die Grundlagen hat, mir ist das jeden Moment bewusst. Und das ist das Leben, das macht das Spiel des Lebens aus. Und das ist jetzt nicht einer, der dann meint, der ist besser wie die anderen. Jetzt könnte ich wieder sagen, wer hat jetzt das gesagt? Der Udo? Das ist immer wieder in einer Filterung, besser und schlechter. Wir sind schon wieder, ist das jetzt ein Berg, ist das eigentlich ein Berg oder ein Dalf? Merkt euch, das sind solche simple Dinge, die gibt es in einer Welt nicht in der Philosophie. Das ist so ausschlaggebend. Jetzt geben wir größere Kollegen, ist das eine Wohnung eigentlich, eine Küche, ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder ein Klo oder ein Badezimmer. Dass ich sage, was sind das eigentlich für dumme Fragen? Wenn das einer fragt, weiß er offensichtlich nicht, dass die Frage schon beantwortet ist, wenn du weißt, was eine Küche ist. Aber dann wieder die Küche, das Wort Küche ist etwas, was noch kein Bild ist, aber viele Bilder beinhaltet. Das ist eine vollkommen neue Philosophie, die allanfassend ist. Das sind so diese kleinen Baffelstückchen, die sich dann in dem Raum von 20 Jahren, wenn man immer hört und dranbleibt, merkst du jetzt immer mehr Verknüpfungen auch in dem Alltag, dass jetzt irgendwann einmal Sachen, die einfach in den Raum reingestellt wurden, sich irgendwie ineinander fühlen. Und da muss man halt ganz schlichtweg und einfach immer, immer sehr wach, einfach mal das auf einen einprasseln lassen. Und ich sage immer wieder, Baffelstückchen, die ich nicht anlegen kann, nicht vernichten oder weghauen. So wie beim Baffelspiel, einfach mal auf die Seite. Ich sage, wir sortieren es erst einmal grob, am großen Baffel haben wir verschiedene Grüns und dann sehe ich, okay, das Grün ist ein anderes Grün wie das hier da drüben. Also können wahrscheinlich die Grüns zusammen, die tue ich einmal, von dem Grün was ist weg und von dem Grün was weg, dann haben wir Blau, das gehört wahrscheinlich nach oben und dann sind so die, die schwieriger sind. Und irgendwo fange ich dann an und dann drehe ich die Dinger und was ich nicht kann, lege ich dann die grünen wieder und irgendwann setzt sich das zusammen. Aber ich habe es euch ja leicht gemacht. Ich mache mal Folgendes, du stellst dir jetzt vor, wir haben 5000 Teile Baffel. Kann man kaufen bei Ravensburger und da ist ja ein kleiner Trick, das ist Kindergartenbassel, sind das normale Baffel, das du dir denkst, ist die Erleichterung, die ich euch gemacht habe, dass auf einer Seite ein Bild ist, ob jetzt das eine Landschaft ist oder Stadt oder Paris ist oder egal, spielt keine Rolle, ihr kennt die Baffel und die Rückseite sind alle grün. Das hast du, was das erste Mal so hinlegt, dass die farbige Seite oben ist und das Grün ist hinten. Wenn du dann das zusammengesetzt hast, kriegst du die höhere Schwierigkeitsstufe, wo vorne ein Bild drauf ist und hinten ein Bild drauf ist. Und jetzt mischt man die durch. Und jetzt, das ist es natürlich, das ist ein Meisterbassel. Weil jetzt musst du zuerst einmal wissen, warum musst du das... Jetzt ist nicht nur, dass ich da die Farben sortiere, sondern ich weiß dann auch nicht, ob ich das zu dem Bild oder zu dem Bild. Weil uns soll es ja nicht langweilig werden. Und das Schöne ist, wenn man unendlich viel Zeit hat. Du musst ja die Ewigkeit irgendwie, musst du ja die Ewigkeit hinkriegen. Und dann wird sich das Denken so relativieren, dass du plötzlich merkst, was für ein Hirnschiss habe ich eigentlich, wenn sich alles bloß um den dreht, der ich zu sein glaube, der mit Wünschen konfrontiert wird, wo er sich quält, wo er sich in den Arsch aufreißt, die in der Ewigkeit so ein Nichts sind, dass es gar nicht wert ist, dass man sich da so groß in den Kopf drüber zerbricht. Und du kannst dich in Nichtigkeiten reinsteigern, das ist der Wahnsinn, die sich dann wie eine Drehtmitte wiederholen. Und das ist das Erste, wo ich sage, lerne dich nicht aufzuregen, loszulassen. Lebe dein Leben, mach es, was du tun musst, tust du, dir bleibt gar nichts anderes über, aber krieg als der, der es erlebt, einen Gleichwidrigkeitszustand. Dass du einen Heilungsprozess einleiten kannst. Und setz nicht in irgendeiner Form, was in der Zukunft sein könnte. Mach es spontan. Das merkst du dann schon. Die Welt der Interessen. Und dann wirst du dich mehr fokussieren und es geht halt im Alter dann etwas leichter, weil man doch irgendwie freier wird. Und dass die Welt um dich rum mit den eigenen Meinungen, es hat von deinen Figuren auch keine eigene Meinung. Selbst normal gesprochen, plappern die nach, dann kommt natürlich, es ist ja, was ich denke, was soll mir das sagen? Irgendwie weiter sind das noch meine Spiegelbücher? Da mache ich mir so ein Flash hier zurück, wo ich jetzt gerade schaue, ich schaue in den alten, grauen Mann da hinten an und da ist mir jetzt gerade die Stelle, wo hier der Gyni zu mir kommt und sagt hier, von der Nadja Mann, der hätte mal eine Frage an mich. Da weiß ich noch genau, wo du gesessen bist. Da seid ihr hinten in den Raum, in den Seiten, wo man raus ist, weiß ich noch genau, wo du gesessen bist. Zack, sofort sind die Bilder wieder da. Da denke ich mir, mein Gott ist der Altmann. Ja, es ist, und geflasht hatten wir Spiegeltunnel, die hatten wir geflasht damals, das war der Reizauslöser. Da hast du gesagt, das ist einmal ein Denkwesen, das für dich vollkommen neu war. Und du merkst jetzt, da kann man immer noch eins drauf machen, immer noch eins drauf machen und das macht das Leben interessant. Und der Rest ist immer auch die Erkenntnis, was bedeutet, wenn ich was verliere. Die zwei Seiten, wenn ich es mir ausdenke, oder wenn ich es zurückkriege. Und dann merke ich jetzt, dass meine Logik wirklich alles auf den Kopf stellt. Das ist dieser erste Trick. Mach dir bewusst, wie du was bewertest, und ohne wenn und aber, drehe das einfach gedanklich, sobald es dir möglich ist, um 180 drauf. Das heißt, alles, was für dich jetzt gut und schön war, in einem spontanen Ding, machst du total negativ. Und alles, was für dich negativ war, machst du positiv. Bei manchen Sachen geht es leichter, bei anderen Sachen geht es weniger leichter. Wenn du jetzt zum Beispiel dir denkst, Mensch, der Udo, der ist ja total super. Den musst du um 180 Grad drehen, weil du irgendwann nochmal begreifen wirst, dass der das, was du zu sein glaubst, vernichten wird. Nochmal bitte. Wenn du jetzt glaubst, dass der Udo, wenn du jetzt glaubst, dass der Udo ganz sehr gut ist und ganz toll ist, dann drehe das um 180 Grad und du wirst feststellen, das ist dein größter Feind, weil er wird das, was du zu sein glaubst, absolut vernichten. Aber ist jetzt das positiv oder negativ? Ist das positiv oder negativ? Und jetzt kommt natürlich das Spiel, wenn Menschen träumen wollen, die da seinen eigenen trauen. Jetzt müssen wir auch den Udo, jetzt wirst du merken, das wäre komplex, dass ein Udo, den du dir ausdenkst, der kann ja dich nicht vernichten, du vernichtest ihn, wenn du ihn nicht mehr denkst. Aber im normalen Denken gehst du ja davon aus, dass da bloß eine Welt ist. Und dann sage ich jetzt, Udo, ich werde die Nadja wieder vernichten, wenn ich nicht an sie denke. Was aber ein Eins, dann verliere ich sie nicht, sondern ich hole sie mir zurück, wie ich mir jetzt vorstelle. Aber gilt es nicht gespiegelt auch für... Das ist es neu. Und das komischerweise, so unglaublich jetzt das im ersten Moment klingt, das ist das, was jeder sofort auf der Stelle überprüfen kann, wenn du dir das klar machst. Dass wenn jetzt da ein Geräusch plötzlich mich unterhalten und setzt, oder du hörst mir zu, und dann bin ich im Moment still, und dann sagt er hinten an irgendwas, und du drehst den Kopf, fällt dir gar nicht auf, dass ich mich in dem Moment in Luft auflösen tue. Als Udo jetzt gesprochen. Und die Präsenz des Bewusstseins ist wirklich, dass du jeden Moment, während du ganz normal dein normales Denken weiterlaufen lässt und die Empfindung, der, der es wirklich erlebt, ist jetzt auf dem Fokus in jetzt, was ich verändere in dem. Das ist das Stichengucken. Und dann war das gerade, wo man im Schlossbrauerei, wo ich sage, das größte Phänomen, ich nenne es einmal des Wachstums, des Erwachen deines Bewusstseins, beginnt in dem Moment, wo du in der Selbstbeobachtung immer mehr merkst, dass der, der in deinem Leben zu sein geglaubt hat, dass der immer vergesslicher wird. Dass du in einer Selbstbeobachtung, wenn du dich bewusst beobachtest, immer mehr merkst, dass dieses Ding vergesslich wird. Aber es geht nicht um die Wissenselemente, die du vergisst, sondern um den, der das merkt, der bewusst ist. Der wird immer wacher mit der Vergesslichkeit dessen, den du beobachtest. Geil. Es ist ja so geil. Nein, es ist göttlich. Es ist göttlich. Das ist Bewusstsein. Das wird immer göttlicher. Wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist, aber an gewissen Reife, was das immer mehr mitkriegen. Und dann kann ich tausend mal sagen, das ist ein Spiel, das spielst du mit dir selber. Es ist alles, was ich erzähle, ist nur für den, der uns jetzt, uns Brüssel ausdeckt. In dieser Personifizierung. Und dann bist du ich. Das ist ein Bereich, der ist ein Armbau momentan, aber das kannst du nicht aufhalten. Sonst wäre ich nicht in dir auftaucht. Die erste Freiheit ist, dass man jetzt länger dran bleibt. Wenn ich immer sage, die Almener Truppe, was ja früher Almener Truppe war, das ist so, der hatte kann, wie ich das immer nennen. Los, Siegmund, das sind die ganz hatten. Dann, ich weiß nicht, wenn du das erste Mal warst, dann mit dem Klaus, den dann mit rein gezogen hast in die Sekte, er konnte sich fast nicht dagegen wehren. Hätte auch sein können, dass er komplett, es könnte sein, dass er in seiner Logik, du hast bloß deine Logik, dass er komplett sagt, die ist wahnsinnig, die sind in einer Sekte und dann hat er seine Welt dann, diese Meerwelten, die er veröffentlicht wird, die aber gleichzeitig da sind. Denk mir da an mein Autobahn, beim Beispiel an die DVD, das wieder stimmt. Dieser unendliche Komplex, wo alles gleichzeitig ist, bis ein Charakter, mit Reaktion, Reaktion, Reizhaus dieser, diese wechselnden Bilder formend, die immer in diesem Kreislauf ist, seine Interpretation, sein Wollen, ich schaue nach rechts, ich schaue nach links, ist ein Konstruktprogramm, wo alle Möglichkeiten gleichzeitig sind, auch die KIs, die es verändern, gehören da dazu und einen nehmen wir als Spieler raus und dann kreiert er aus diesem Konstruktprogramm, kreiert er seine ganz persönliche Welt mit Möglichkeiten. Holger-Andrea Beispiel, das ist es. Seine Welt mit dem Holger, der Spieler Holger, was er sich jetzt da rausgeneriert hat, auch in dem, sind ja nur ständig wechselnde Bilder. Hätte auch ganz anders sein können, wo ich sage, er hätte jetzt mit der Andrea zusammen sein können, das Spiel Andrea könnte mit dem Holger zusammen sein können. Du erlebst nur, letztendlich kriegst du das hingesetzt, was du selber erschaffen hast, durch deine Reaktion. Und die ist aber nicht klar, dass Kleinigkeiten, wenn ich immer wieder sage, der Schmetterlingseffekt, extrem deine Zukunft beeinflusst. Das ist auch wirklich ein kleiner Hauch, eine Unachtsamkeit, kann dich in der Zukunft in eine komplett andere Spur führen. Aber wir haben ja unendlich viel Zeit, wir können ja die ganzen Variationen durchspielen. Also das ist in Bezug auf die Ewigkeit, ist jetzt der kleine Ausflug, ich will jetzt keine Zeitspanne nennen über Frankreich, ist nur ein Sackgasse gewesen. Fahrt er wieder zurück und nachher fangen wir halt wieder an. Früher habe ich noch gesagt, bei DOS war das immer wieder, wo diese Beckmännchen, wenn du dann durch so ein Labyrinth durchläufst, und dann trifft dich ja irgendwie ein Stein, habe ich da immer gesagt, dann hörst du, dann fängst du wieder von vorne an. Just for fun. Das spielen viele Dinge mit rein, das ist beim ganzen Ton. Ich kenne das Spiel ja, wenn ich mal einen Holger nehme, ich weiß noch, unser Großes, wie er nach San Andreasberg zog. Das sind Lernprozesse, Holger. Und du hast doch eigentlich erst zum Leben angefangen, wie du auf Weißenbach gekommen bist. Das war alles von Anfang an. Udo, das war letztes Jahr, ich kam von einem Urlaub aus Kreta zurück, mit meiner Tochter, nächsten Tag natürlich gleich zu Udo hin, und sagt er, naja, sagt er, ist dir gestern oder vorgestern, ist dir was aufgefallen? Ich überlege, ich überlege. Ne, ist mir nicht aufgefallen. Na ja, sagt er, du hast dich doch das erste Mal seit langem darüber gefreut, nach Hause zu kommen. Seit vielen, vielen Jahren, das war noch nie. Gleich, Udo. Dong, 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 dong. Ich nachgedacht, ich sage, Udo, das ist überhaupt das erste Mal in meinem Leben, dass ich mich gefreut habe. Nach dem Urlaub, dass er sich gefreut hat, heimzukommen. Es war für ihn, die Urlaub war in der Vorenlaufen, um wieder in die Scheiße zurückzukehren. Und das war das erste Mal in seinem Leben, dass er sich ein Heim daheim gehabt hat, wo er sich gefreut hat, dass er heimkommt. Das kann er nicht. Man muss die Leute zu ihrem Glück zwingen, aber ein bisschen was muss man auch selber machen. Das ist immer der Wegweiser. Ich kann dir nur den Weg weisen, der Wegweiser ist nicht wichtig. Die Richtung, wo ich dich hin mit der und ein Satz vom Udo, der ganz wichtig ist. Ich kann nicht mehr, ich versuche wirklich alles, aber ich kann nicht mehr, wie die Nase zwei Zentimeter über die Scheiße zu halten, die du selber hingeschissen hast. Und wenn du dann immer noch nicht merkst, was stinkt, dann kannst du ja nicht anders dunkle ich dich noch reinhauen. Wir, wir wissen ja nicht die Scheiße Frankreich. Na, so schlimm ist es ja nicht. Es wird jetzt immer wieder, es ist halt, es ist ein Lernerfonds. Hä? Es ist halt der Hintergrund, die Oberfläche und der Hintergrund. Es ist ein Lernen. Leben ist Lernen. Und es gibt nicht nur eins. Aber das ist schon wieder Gegenteil eins und viele ist kein. Da kann man jetzt den kein rauslesen oder das Einen. Wie ein nicht existierendes Bewusstsein, wie eine nicht existierende Raumzeit. Jetzt kriegen wir die 16 Perspektiven. Das ist nicht durchstanden. Aber das ist jetzt dann schon Programmstruktur. Und ich sage, die machen wir immer sekundär, ganz leicht mitlaufen, ganz grob, wie du funktionierst. Ist aber nicht wichtig. Das ist die, da wo ich sage, das ist, entweder interessiert es dich und dann musst du, wenn es dich interessiert, die Frage ist jetzt das, das muss ich ja wissen, dass ich in der geistigen Entwicklung weiterkomme soll. Nee, das muss man nicht wissen. Wenn es dich interessiert, stellt sich die Frage gar nicht. Dann wird dir das gar nicht auffallen, dass dir das schwerfällt, das zu lernen. Wenn dich wirklich im Tiefsten in einem was interessiert, bist du so begeistert, dass dir die Frage gar nicht erst in den Sinn kommt. Schon wenn dich jetzt in den Sinn kommt, dich fragst, ich lerne das, das begreife ich ja nie. Ich mache mal Udo als Beispiel, wie ich hier zum Lernen angefangen habe. Für mich war Schule immer Horror. Immer, ich sage Märchengeschichte, dass ihr den Kontext versteht. Absoluter Horror. Bis ich dann die Lehrstelle gehabt habe und ich habe zum Lernen angefangen, die Berufsschule war für mich super, weil mich das alles interessiert hat. Da hätte ich immer, ich brauche noch mehr Input. Das ist, und da geht es um Verstehen. Und ich konnte wirklich, wenn du jetzt damals, waren da noch Röhrenpanzer, das waren ja riesen Kisten und der Schreibplan von einem Röhrenpanzer, wenn du den hinlegt hast, der war hier, du über einen Quadrat, eineinhalb Quadratmeter. Das war der Bauteil. Ich konnte wirklich an meiner Prüfung einen kompletten Schattplan von einem Fahrtpanzer auf den Kopf auszeichnen. Hat keiner geschafft. Und dann habe ich so Prüfungsängste natürlich auch gehabt. Und da hat der Boxdorfer, mein Berufsschullehrer sagt, wenn du durchliegst, will ich die ganze Klasse durch. Und der Witz, der Witz ist der, dass ich nicht, das ist es, das Auswendiglernen von dir, dass ich überhaupt mir keine, es sind ja Grundschaltungen, ganz einfach, das sind meine Beispiele bei Holofeeling. Wenn dich die begeistern, das sind, sagst du mal für die Einzelteile. Und du könntest jetzt ganz einfach, wenn du weißt, wie es funktioniert, musst du dir die Schaltung nicht merken, wenn ich sage, wenn ich das auswendig lerne, ja, was kann da hin, das funktioniert nicht. Ich muss wissen, wie was funktioniert und dann konstruiere ich das im Kopf. Ich sage mal ganz einfach, was brauchen wir? Wir brauchen zuerst einmal einen Strom, dann gehen wir rein, dann kommt eine Sicherung, dann kommt ein Schalter, dann kommt ein Netzteil. Dann muss ich wissen, was ein Netzteil ist. Da weiß ich, jetzt brauche ich einen Trafo, Gleichrichter, Siebung. Das sind Einzelteile, das sind die kleinen Impasselstücke, die setze ich jetzt zusammen. So gut, jetzt habe ich meine Betriebsspannung, dann brauche ich zuerst einmal den Tuner zum Empfang, dann brauche ich das Farbteil, den Tontal und ich weiß, wie die ganzen kleinen Passelstücke, die habe ich alle gehört. Die haben mich begeistert und wenn ich eine Geschichte, so ein kleines Beispiel begeistert, ist es wie ein freigeschaltenes Passelstück hier. Was ich jetzt immer sage, ist, dass die letzten, normal gesprochen, 20 Jahre, wenn wir bei Hulufeeling dranbleiben, hat der Udo so viele kleine, das Schwammbeispiel, das Autobahnbeispiel, das alte, alte ganze Zeug, dass man tausende Mal gehört, dass ich das installiere. Das sind viele kleine Passelstücke, wo jeder für sich ja logisch ist. Das heißt, immer, wenn ich jetzt die wiederhole, sind die irgendwann einmal da. Aber wie Passelstücke, die nicht zusammengehören. Und auch bei einer gewissen Reife, jetzt fängt sich das nach 20 Jahren an, ganz langsam zusammenzusetzen. Und das mache ich, wenn ich das hinmale, weil ich sage, jetzt brauche ich das noch. Ich könnte jetzt beim Auto sagen, wir brauchen einmal Reifen, dann brauche ich die Achse, die Bremse, die Bremsscheiben, den Bremsschlauch. Du merkst jetzt, wenn ich jetzt anfange, hält etwas, habe ich etwas vergessen? Weil ich weiß das im Chat, als Autobegeisterter, was brauche ich beim Auto? Jetzt ist natürlich nicht wieder das Grundprogramm, aber ich sage, als junger Bursch, beim Motor brauche ich die Kolben. Wenn ich das habe, die habe ich ja alle. Und genau so habe ich das hinzeichnet, weil die Sachen habe ich eigentlich nicht auswendig gelernt, weil das sind vielen Einzelwiederholungen und kleinen Interessen. Wenn das verstanden ist, sind die ja freigeschalten. Und dann kann ich die aneinanderlegen und dann baut sich das auf. Ich habe mir nicht das einfach auswendig gelernt. Die haben auch, wie Dubert an der Prüfung, Bilder auswendig gelernt und die haben es nie verstanden. Das schockiert immer ein paar Mal Klärner mit Mathematik, mit dem Einheitskreis, wieso ist B eigentlich Kreisumfang das und das, dass ich merke, selbst bei Mathematiklehrern, jetzt, wenn ich jetzt hier mit Rixi oder was, die das lernen und die Schüler das beibringen, die das Grundprinzip, was da eigentlich der Geist im Hintergrund ist, überhaupt nicht verstanden haben, und ich gehe das an, dass ich Dir erkläre, was die Formen bedeuten, warum die sich ja so aufbauen und dann, wenn Du das verstehst und nicht mehr auswendig lernst, dann installierst Du das. Und richtig leben, das muss gelernt werden, weil das ein Geschenk ist. Das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Das wird der Gedanke von Dir niemals erfahren, was das bedeutet. Der Cut zu dem Leben, aber wie, meinst Du der Backstein, was das Teil von einem Haus ist? Existenzen wissen nichts. Die Figuren in einem Roman bringen die eigene Welt gar nicht mit, bloß der Autor und Autor, zwei Seiten, der Zeichen erwecker, einer macht Dir die Zeichen und der andere erweckt, die zu leben. Das sind zwei Seiten, das ist bisher immer dasselbe. Einer, der sich's ausdenkt und einer, der das dann erlebt. Du kannst nur das erleben, was Du Dir selber ausdenkst, was aber komischerweise nie da außen ist. Und jetzt wird ein Materialist in seiner Einseitigkeit wieder sagen, der widerspricht sich erlaubt, weil die das Prinzip nicht verstanden haben. Die Figuren in einer Welt